Ich habe gerade noch einen ästhetischen Request. Kannst du das Kabel noch... quasi? Das kommt noch. Weil es macht mich nervös. Macht dich nervös? Ja. Findest du es so besser? Das macht mich fertig. Was aber wiederum lustig ist, dass jemand, der sich so anzüchtet, wenn ich ein Problem hat, wenn ich ein Kabel so mache. Dann wäre bei mir der ganze Mensch so. Es läuft schon. Es läuft schon? Oh nein, so eine Zeige, bin ich schon lustig gesehen. Jetzt sind wir wieder einmal. Ja, machst du nicht so eine Kilby-Ansage? Was? So eine Kilby-Ansage. Nein, aber ich kann natürlich, wenn du willst. Ja, 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 bitte. Fritz, bin ich hexer da rausgefahren. 6.40 Franken. Also wirklich wie so eine... Ich will abgeholt werden als Gast. Der Massenspeaker. Oder mehr auf die... So, da sind wir. Ja, 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 den brauche ich. Der, ja. Ich brauche so der Tele-Basel. Gerade wie gesagt, der Lokal-Fernsehmoderator. Jawohl. Herzlich willkommen zum heutigen Feel-Good-Podcast. Wir haben einen ganz speziellen Gast. Und zwar der Moritz Schädler. Das Beste, was ich jetzt gibt. Dann haben wir wieder den Lokal-Fernseh. Hey, danke vielmals. Schön, dass ich da sein darf. Zuerst einmal Moritz Schädler. Wie geht es Ihnen? Gut. Wirklich gut. Gefreut. Gefreut. Gut. Danke der Nachfrage. Können Sie das noch erläutern? Also läuterreden oder... Erläutern. Erläutern. Nein, mir geht es relativ gut. Ich habe gerade abgesahen vom Fakt, dass ich weder mal die Zeit bin, in der ich allergisch bin auf eine ganze Jahreszeit. Was mich recht hässig macht. Hast du auch eine Höhen-Schnuppe? Bruder. Bruder Jakob. Im Fall nicht okay. Das ist übel. Es ist uhuraubel. Ich finde, wir Menschen werden schwächer und die Natur wird stärker. Ja, ich finde, wir Menschen... Also am Ende, wenn es wirklich um den letzten Kampf geht, werden wir Menschen schon gewinnen. Meinst du? Ja, zumindest für den kurzen Moment. Hey, nein, es ist nicht... Nimmst du etwas? Ja. Ich habe mir so gerne so einen Meerwasser-Nasensprei gekauft. Kennst du eine? Wo einfach literally Meerwasser in die Nase hochjetzt. Das ist einfach ein bisschen... Das ist ganz grussig. Hey, es geht. Ich tue eigentlich... Ich tue eh allgemein Böge essen und dann finde ich es eigentlich noch cool, dass wir es eigentlich wie so als Gazpacho haben. Nein, ähm... Ähm... Hey, es nützt, glaube ich, nichts. Ich wache jeden Tag am Morgen auf und es ist so, als ob ich wirklich fünf Tage lang gesoffen hätte. Es ist so, einfach immer alles zu. Die Augen kriegst du gar nicht auf. Megaschlimm. Ich muss auch dazu sagen, ich saufe schon auch jeden Tag. Das ist wie noch dazu. Das ist eigentlich der Kater auf dem Kater. Ja. Ja. Ich habe jetzt wieder ein Medikament, wo sie immer sagen, ah, das macht so Miet. Aber das ist das Einzige, was bei mir hilft. Und es ist so ein richtiges Medi-Medi? Äh, ja, es ist das, was ich früher noch immer gehabt habe. Und dann hat irgendwann jetzt ein neues Medi gegeben, wo sie dann gesagt haben, das macht nicht Miet. Und das hat so vielleicht für ein Jahr hat das irgendwie geholfen. Und dann habe ich mehr. Eine Saison? Ja. Es ist ja eigentlich einfach zwei, drei Monate. Nein, es ist bei mir so von... Vom ersten bis zum nächsten Gras? Genau, Anfang Februar bis Mitte Januar geht es bei mir. Fuck, das ist aber schon nice. Da habe ich mir ein Biss, so überall. Ich hatte ein grossartiges Jahr, wo ich auf Weltreise bin. Ah, und dann bist du immer off-season? 2015 hatte ich keine Heuschnuppe. Weil du einfach am Frühling weggeflogen bist. Richtig. Am Frühling bin ich auf Thailand, viel zu tropisch. Nachher bin ich auf Australien, dort war es schon Herbst, USA. Und als ich zurückgekommen bin, war es da auch weg. Und dann bist du so gesehen, oh, so könnte man auch leben. Hast du dich mal in der Thematik Heuschnuppe eingelesen? Hey. Also weißt du eigentlich, was es ist oder so? Also jetzt kommt jetzt drauf an. Ich habe mal so ein bisschen geschaut, weißt du, so auf der App, was jetzt gerade am Blühen ist und auf was ich alle. Ja, aber was generell unser Problem ist, meine ich, nicht was gerade am Blühen ist. Aha, also ich weiß nicht, dass es Polen sind. Uns fällt ein Enzyme oder irgendwas. Also du weißt gerne nichts, oder? Nein. Gut, weil ich weiss es auch nicht. Ah, okay. Und, wie es ist gehört, für einen weissen, hässigen Tipp. Einfach ja nicht informieren, aber hässig drauf sein. Und, und vor allem in einem Podcast dann einfach so ein bisschen drüber sprechen. Natürlich, natürlich. Aber ich habe hier meine Polenkappen, äh, sorry, verspreche, Polenkappen habe ich hier. Was ist besser mit der Drohne? Ich habe das wirklich vorher nur angezogen gehabt, weil es geregnet hat. Ich finde, ich finde es auch noch schön. So ist es cute, oder? Ja. Ja, gut. Absolut. Ja. Das trink ich hier aus meinem Mutzenbecher. Der Mutzibecher. Ja. So läuft es. Im Fall, ich habe letztens wieder sexuelle Videos angeschaut von der Josefine Mutzenbacher. Ah, hast du geschaut? Ja, ja. Ich habe alle Scheisse in meinem Leben noch nie eins gesehen. Mal, ähm, und ich habe nicht nur geschaut, wenn du verstehst, was ich meine. Also, ähm, es ist wirklich, es ist, du hast mir ein bisschen meinen ersten erotigen Filmstar eigentlich kaputt gemacht. Weil? Obwohl ich nicht einmal den gleichen Namen habe. Ja, aber Mutzenbecher und Mutzenbacher ist für mich, also, es ist wirklich das Gleiche. In meiner Welt, mit so wenig, ich komme mit so wenig Buchstaben durchs Leben. Fair. Auf jeden Fall, ähm, ich finde klassische Probleme, weil ich so gerne hier zu fest über so eigenes Sexleben rede. Aber, du kennst du die Situation, schaust du ab und zu Pornografie? Schon lange nicht mehr. Schon lange nicht mehr. Du bist wie off. Aber, kennst du noch die Situation, wenn man sich wie Pornografie gönnt und dann ist es ja, finde ich, als guter alter Evangel oder Christ oder so, schämt man sich ja eh, dass wenn eigentlich die Übung fertig ist, kümmert man sich ja gerade um etwas anderes. Man schaut nicht noch die letzten Tabs an, was man als offen hat und so, oh, interessant, was ich heute probierte. Du machst eigentlich wie zu und drückst wieder auf Play bei irgendeinem YouTube Podcast Irgendwie was. Irgendwie was. Und dann hast du meistens gesagt, zum Beispiel bei mir gestern Abend, Irgendwie habe ich Ja nein, also es ist eh lustig, weil du störst mich quasi in meinem Grüsseltum. Das heißt, super, drei Minuten da und schon wieder wixi, wixi. Aber ich bin noch in der, ich bin noch in der, wie nennt sich's? In der Osterzeit. Du bist noch 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 in der Osterzeit. Ja, ja, ja. Ich habe ganz viele Videos gemocht. Also ich habe gerne Oster gehabt, wenn es die Frage ist, hast du Oster gefeiert, machst du es? Also einfach Familie, einfach kurz sich gegenseitig anschwiegen und gut ist. Nein, man hat es wirklich lustig gehabt, muss ich sagen. Also, es wird nicht Oster gefeiert, man geht nicht an eine Prozession. Ja, man isst einfach Mittag und hat dumme Schnorren. Genau. Ja. Aber trotzdem, Oster ist ja trotzdem sehr spürbar, weil da halt vier Tage hintereinander frei, oder zumindest andere Leute frei haben. Und darum merke ich schon immer, wann Oster ist. Ich weiss jetzt nicht, ob du es gemerkt hast. Du wirst Business as usual. Laptop aufklappen. Nein, nicht einmal. Das habe ich nur einmal. Egal. Nein, wir haben ja gearbeitet. Freitag Samstag. Ja. Darum ist der Sonntag eh einfach normal gewesen. Mhm. Und gestern hatten einfach keine Läder offen. Es ist einfach wie, es ist eigentlich der Viertag für, sagen wir, jemanden, der einem künstlerischen Beruf nachgeht. Checkst du amix gerne, dass es Viertag ist, bis einfach effektiv dein Migros zu hat. Mhm. Und du bist einfach so. Scheisse, ich muss einen habigen Posten. Ja. Ja. Und dann musst du mit den ganzen, ähm, mit den ganzen, ja, ich habe ein Grotto im Ticino Kinder am Montagabend in die Migros irgendwie eingekaufen. Und sie zeigen sich gegenseitig noch Bilder von, wie geil das gesehen ist. Ich weiß auch nicht, haben deine Eltern so Häuser irgendwo? Nein. Gehörst du zu den Leuten? Nein. Ich finde ja wie gerade, es gibt auch so die Leute, die, es klingt jetzt die ganze Zeit so, als ob ich Comedy-Bits mache, aber ich habe noch mit niemandem geredet. Darum bin ich voll so, wuuu. Es gibt auch allgemein so Leute, die schon mal irgendwo noch ein Haus oder eine Wohnung haben. Es ist für mich schon mal crazy. Ja. Es ist wie so, du hast einfach die Wohnung, wo du wahrscheinlich einfach Miete zahlst und that's it. Meine Eltern haben zwar eine eigene Heimwohnung, sofern ich meine Tiere. Das gehört rein. Aber dann gibt es also die Leute, die noch irgendwo anders eine Wohnung oder ein Häuschen haben. Mhm. Und das ist dann meistens im Ausland. Und dann gibt es einfach so Schwitzer, die in der Schweiz einfach nochmal ein Haus haben. Ja. Wo sie, wenn es noch ein paar Cousaren gibt, vielleicht ist es zwei Monate besetzt. Also bei der Familie meiner Freundin, von Janik, kennst du sie? Aha. Sie haben eine kleine Schale im Barneoberland. Kleine Schale. Ja wirklich. Es ist wirklich, es ist nicht... Gemütlich, ja ja. Ja. Und das ist seit Jahrhunderten. Mhm. Weisst du, im Familienbesitz. Mhm. Und das ist schon mega geil. Es ist mega cool, aber ich bin wie so, ich bin immer so... Es ist loko. So ein Haus noch irgendwo anders zu haben. Einfach so used for fun. Mhm. Weil ich finde es schon eine Frechheit, dass ich einen Schlüssel habe zu einem ganz komischen Keller irgendwo in einem Manekdus in einer alten Bierfabrik. Mhm. So. Es ist für mich schon mal wie so, ich nehme Platz weg. Und so. Das ist jetzt so der. Ja. Gut. Was man bei dem muss sagen, sie haben sogar so eine Website-Tool, wo du dann kannst... Ah, für Femme. Genau. Wo du dann kannst sagen, wenn du reservierst und so. Ja. Es ist zum Glück, der eine, die von der Familie wohnt sogar drin. Im einen Stock. Mhm. Das heisst, das ist... Ist ja komisch aber jetzt. Nein, überhaupt nicht. Okay. Nein, es ist mega geil. Nein, ich meine er. Nicht das Haus. Nein. Der, der dort wohnt. Nein, der ist auch ein guter Typ. Oh, der eine wohnt im ersten Stock. Ich wäre gerne so ein Mensch. Ich wäre gerne... Ich glaube, ich wäre vielleicht er. Ich habe da im zweiten Stock den Herr Schädler. Schwierig. So, wie hat der geheißen mit dem Clint Eastwood? Grand Torino? Also der Alte, der Alte, der die ganze Gun in der Hand hat. Ja, Grand Torino oder der Mule ist ja eigentlich exakt der gleiche Film. Aber ja, bei Grand Torino, ja. Grand Torino ist das mit den hispanischen Nachbauernkitz, oder? Wo er dann auf das Mal. Genau. Nicht so ein Nazi ist. Ja. Obwohl er an ist. Genau. Und auf einen leeren Stuhl zeigt und sagt, Mr. President. Er hat doch mal mit einem leeren Stuhl geredet. Für die Replikaner. Kennst du das? Nein. Pull it up! Ähm. Oder ist es etwas am Schaffen, der Produzent? Nein. Ah, okay. Es kommt immer darauf an. Aber du kennst es. Old man yelling a chair. Das ist wirklich auch der Clint Eastwood. Wo wirklich wunderbar gut. Man darf den einfach nicht einblenden. Aber wir schauen ihn jetzt. Ah, darf man es nehmen? Darf man es nehmen? Hey, es wird so schnell das Zeugs weggerissen. Es wird so schnell geflaggt. Nein, I'm sorry. Dann äh. Eastwooding, sagt man dem. Ah, okay. Aber auf jeden Fall. hat er, glaube ich, bei den Republikanern Gugen, hat er ein Dings gemacht. Ah, da liegt der Täter mit mir. Okay, aber ich komme immer noch nicht raus, was er gemacht hat. Er unterhielt sich mit einem Stuhl, auf dem der unsichtbare Obama sitzen sollte. Ah. Und es hat ein bisschen unglücklich gefürgt. Soll ich ehrlich sehen. Ja. Aber so, wenn ich würde. Das ist ja schon fast eine Prop-Rede. Oder? Was ist es? Eine Prop-Rede. Statt Prop-Comedy. Ah. Ja. Boah, es gibt wieder so Prop-Comics. Ist es dir aufgefallen? Es gibt so ein paar neue. Ich habe das Gefühl, es hätte es immer gegeben. Ja, aber es gibt jetzt so ein paar neue. Es ist cool. Also jetzt in der Schweiz, oder was? Ja. Ja? Ja. In der Schweiz ist es mir noch nicht so aufgefallen. Aber ich meine, ich bin ja grosser Carrot-Hop-Fan. Fair. Man sieht jetzt auch ein kleines bisschen. Ich finde, der Hate gegen ihn ist ein bisschen unberechtigt. Ja. Aber jetzt sind wir natürlich sehr in einer amerikanischen ... Man muss sich mega gut auskennen. Ich meine, wer ist überhaupt Carrot-Hop? In der Schweiz ist es schon schwierig. Und was? Es gibt Beef gegen Carrot-Hop. Ich weiß, was du sprachst. Ähm ... Ja, nein. If ... Also ich finde allgemein, ich finde auch so Guitar-Comics teilweise sehr lustig. Ja. Ich habe gerade gestern so einen alten, so wirklich so einen OG mit einer Gitarre, irgendwie Preston Wallis oder irgendeinen komischen Namen. Oder Brenton, wo ... Nein, so ein Künstler, das klingt eher Künstlerisch. Hey, auf jeden Fall einfach Zerstörung pur. Ja. Er macht natürlich seit 50 Jahren die gleichen 15 Minuten. Mhm. Sie sind aber so gut. Sie sind einfach so gut. Ich, ich habe das immer so faszinierend gefunden. Früher hast du ja wirklich noch Varieté-Shows gehabt. Wo ja dann eben Leute einfach ihre 15, 20 Minuten hatten sie gehabt. Oft auch ohne Sprache. Und dann hast du einfach rund um die Welt mit deinen 20 Minuten. Und bist in Varieté-Shows, Zirkus, äh ... Irgendwelche Dinner, Spektakel, was weiss ich. Ich bin schon einfach überall bucht worden und hast deine 20 Minuten gespielt. Ja. Und teilweise hast du nur die richtige Hautfarbe oder das richtige Übergewech gebraucht für uns. Also es hat ja wirklich die Leute gegeben, die dir lebendig lange jonglieren gelernt haben, dass sie irgendwann mit drei Motorsagen und fünf Katzen gleichzeitig jonglieren können. Und dann hat es einfach den grössten Mann der Welt gegeben. Also was, was mir ... Stell dir vor, es ist wie so, du bist so der grösste Mann der Welt und du tust so rum. Kannst du irgendwie ... Du kommst aus Georgien, aus irgendeinem Dings und du bist vielleicht ... Also dein Vater hätte wahrscheinlich verkauft einen so einen Zirkus, Johnny. Mhm. Und du bist, sagen wir mal so zwei Meter ... Du bist so zwei Meter gross. Für so einen kleinen Wanderzirkus, eh riesig für damals. Ja. Und dann kommst du einfach, sagen wir mal nach ... Weißt du nicht ... Lensburg. Ja. Und der ist jetzt Lensburg. Und der ist jetzt Lensburg. Und das Lensburg. Mike, komm raus. Und dann kommt einfach raus, wo grösser ist. Und wie so ... Okay, hat's da nicht funktioniert. Übermorgen sind wir wieder safe. Der kleiner Berner oder so. Ist Lensburg in Bern? I don't know. Nein, es ist im A-Gaub. Ist es im A-Gaub? Ja. Ah, dort hätten wir schon den Carrot Top ready. Sehr schön. Ja. Ich finde der Carrot Top look so ein bisschen aus wie der böse Bruder vom Simply Red Sänger. Aber es ist ja der Sohn. Ich meinst du das? Ja. Nein, ich meinst du? Ja. Ah, fuck. Ist er der Sohnsohn? Ist er der Sohnsohn? Vom Simply Red Mann? Yes. Ganz kurze Unterbrechung von diesem Podcast. Nicht für Werbung, sondern für eine Klarstellung. Ich muss an dieser Stelle schnell sagen, dass die Info absolut nicht stimmt. Ich habe das jetzt für 10-15 Jahre glaubt und habe während des Podcasts schon gedacht, oh, das sollte ich googeln und dann sind wir mit dem Thema weiter, weil ich nicht gerade den offensichtlichen Beweis gesehen habe. Und dann habe ich gefunden, ich muss das zu Hause selber noch googeln und habe gemerkt, es stimmt absolut nicht. Darum, grosses Sorry für diese Fehlinfo, ich muss sie klarstellen. Der Carrot Top ist nicht der Sohn von Mick Hucknell. Ich habe das gemeint, ich habe das behauptet, aber es stimmt nicht. So. Keine Werbung gesehen, wirklich nur eine Klarstellung. Trotzdem, können wir meine Show schauen oder schauen das letzte Solo auf YouTube. Danke! Weiter geht's mit der Folge. Und darum hat er, glaube ich, noch mehr Hate gekriegt. Was weiss ich? Ja, der hat einen bekannten Vater. Kenne ich gar nicht so solche Sachen. Ah, stimmt. Du bist ja vom Herzblatt Moderator oder was hat denn? Herzblatt? Mega Herz. Mega Herz? Ja. Aber ist es so etwas gesehen wie ein Herzblatt? Nein. Nein, es ist gesehen wie ein Familienduell. Ja. Etwas mit dem Pin hat nie geklappt, gell? Hey, ich habe heute daran gedacht, bis jetzt hat es noch nicht geklappt mit dem Pin. Und wie viele Male hast du ihn schon gemacht? Du musst vielleicht schnell erklären, zwei oder dreimal. Ja. Ich habe sie selber ein paar Mal vergessen. Ich habe Joel, also ich bin, wie man vielleicht an ihrer Stimme schon hört, bin ich grosser Fan von Pin-Pins und Aufnäher und Sticker. Und habe diverse grössere Pin-Sammlungen inherited. Und habe unter anderem ein mega Herz mit, und dann mit dem Namen von deinem Vater, den mir immer wieder empfällt. Ein mega Herz Pin, der nicht klein ist für den Pin. Weißt du noch? Dann hast du ansteig gross. Ein Name von meiner ersten Sexfirma. Auf jeden Fall dir gehen und du hast ihn wirklich testmässig, immer wenn du so ein T-T-T-T hast mit deinem Vater. Yes. Du hast ihn jetzt schon zweieinhalb Mal angekommen. Ja. Zweieinhalb Mal. Mit der Hoffnung. Und einmal sind wir wirklich, weißt du, so... Am Tisch. Intensiv. Miteinander. Kurz nachessen. Wirklich mit. Und du hast ihn da so eine Jacke gehabt. Und es fällt auf. Weil ich träge oft Pin und allen Leuten fällt immer auf. Hey, das ist lustig, ein Letzi-Pack-Pin. Also weißt du, das ist wirklich so das Level. Ja, ich weiß auch nicht, es spricht vielleicht nicht für eure Beziehung. Ich glaube, es spricht für oder nicht für seine Achtsamkeit. Ja. Aber ich muss so sagen, ich verliere mich einfach immer in deinen Augen. Das lässt dir immer dummen Frisuren. Siehst du, du hast bis jetzt nicht gemerkt, dass ich den Hosenladen offen habe. Ah, jetzt geschmeckt. Alright. Aber erst zu. Das war ein kleiner Test. Ja. Okay. Wie geht es eigentlich dir? Was läuft? Hey, ich merke, dass es langsam Saisonende ist. So. Von deinem neuen Stück oder so? Vor allem. Vom Leben. Okay. Nein. Es ist halt einfach so. Saison spielst du bis Frühling. Hey, gib mich nicht aus, bei Leuten, die billet verkaufen. Und darum, es ist eine Kombination. Open Mike Saison ist das ganze Jahr. Das stimmt. Open Mike Saison ist das ganze Jahr. Ja, im Sommer auch schwierig eigentlich. Im Sommer sicher auch weniger, aber… Ja, also man könnte durchziehen, ja. Ja. Ja, und Solo machst du das ja eigentlich nicht so. Und halt auch andere Sachen nicht. Also sonstige Events. Klar, du hast mal eine einzelne Sommershow, wo dann effektiv auf das ausgelegt ist. Und dann hast du einfach frei. Wie ist es? Ja. Wie ist dein Businessplan so? Ja, dann ist einfach Backoffice. Also nichts. Überhaupt nicht. Nein. Ja. Es ist wirklich halt alle die Shows, die ich spiele, die konzentrieren sich auf September bis, sagen wir Mai. Okay. Das letzte Jahr ist mal eine Ausnahme gewesen. Da haben wir im Juni, da habe ich mit Rolf Schmid noch ein paar Shows gemacht. Ja. Aber ja, Juli, August musst du eigentlich nicht gross etwas wollen. Ja, fair. Und ich merke einfach immer so, das habe ich aber seit Jahren, ich merke immer, wie mein Batteriestand, er kommt noch auf 80 Prozent. Generell manchmal. Genau, er kommt nicht mehr ganz auf 100 Prozent. Du musst halt ein bisschen länger mal… Das zweijährige iPhone. Genau. Du musst ihn halt immer ein bisschen länger aufladen. Das ist natürlich altersbedingt wahrscheinlich auch nicht mehr ganz so einfach wie früher. Und jetzt merke ich das wieder. Fair. Ich muss ja sagen, dass besonders für die Leute, die den Podcast hören, uns noch nicht gesehen haben, dieses neue Stock ist so gut gewesen. Also jetzt das letzte Mal. Wir sehen uns ja leider nicht mehr so oft wie früher. Das stimmt. Was auch eigentlich schön ist. Nein. Wir sehen uns wirklich nicht mehr so oft. Und ich habe dich jetzt noch kurz gesehen, als du da irgendwie Schiedsrichter gesehen bist bei den Teenager Comedians. Aber, äh, fuck my life, dieses Stock ist so gut gewesen. Danke für mich. Ich wollte keine Premiere und habe auch so gedacht, boah, also jetzt nach Basel, um irgendwie einfach zuschauen, wie der andere so seinen Traum lebt. Nein, aber, ähm, also erstens das Fotoil oder so, superschönes Haus. Mega. Mega fun, super stimmig, wirklich auch sehr gutes Publikum. Und ich finde eh so, dass, dass Premiere, ist es Premiere gewesen? Es ist Premiere, Premiere. Du bist Premiere gewesen? Ja. Ähm, es hat trotzdem so ein paar gewackelige, so wirklich Leute gehabt, wo, wo Tickets gekauft haben. So Fans. Es hat vorher viel gehabt, wo Tickets gekauft haben? So 50-50. Nein. Oder noch, noch mehr. Nein. Vier Fünftel. Vier Fünftel, wo Tickets gekauft haben. Ja. Und dann sind noch die, die so vorne sitzen. Ausser Charles und Guell, weil er so fucking liebt. Ähm. Hey, und hu, wirklich einfach super stimmig. Äh, absolute Zerstörung pur. Und es ist mega, mega gut gewesen. Du bist, nicht, dass ich nicht daran gedacht hätte, aber ich bin wieder wie in einer Angst, was für ein guter Comedian du bist. Und ich meine es wirklich, also, nicht, dass ich überhaupt den Leverage habe, um zu sagen, wer ist gut und wer ist schlecht. Aber es ist wirklich einfach, uh, hu, gut und natürlich viel zu lang. Aber saugut. Ja, Premiere ist viel zu lang gewesen. Aber es ist so gut. Ich tue mich immer schwer, so ein Zeugs anzunehmen. Hey, finde ich, es spricht, ist wiederum auch sympathisch. Es freut mich. Es freut mich mega. Nein, aber es ist so gut gewesen. Es ist mega gut gewesen. Weil, äh, ich bin ja ab und zu eine andere Premiere eingeladen. Nein, ähm, es ist sehr gut gewesen. Aber läuft es gut, macht Spass zum Spielen. Es macht mega Spass. Ja. Es macht mega Spass. Und weisst, immer wenn ich vor dem Batsch... Wahrscheinlich auch dein bester Stock bisher, oder? Ich bin ja eigentlich bei jedem immer der Meinung gesehen. Und, äh, und schön ist, wenn sich das dann anfängt zu spiegeln mit der Meinung von den Leuten. Ja. Weil, äh, das Letzte ist sehr unisono sicher das Beste gesehen. Mhm. Mhm. Und, und jetzt haben eigentlich alle gesagt, und das ist jetzt noch besser als das Letzte. Ja. Das muss ja eigentlich als Ziel sein. Also weisst... Ja. Ich habe, ich habe irgendwann das Gefühl, ich habe es mit dem Deville davon gehabt, ich habe irgendwann das Gefühl, dass das Material nicht mehr ganz so einen starken Stellenwert hat, weil du als Comedian besser wirst. Das heisst, du kannst zum Beispiel das gleiche Bit, also die gleiche Thematik, kannst du vor sieben Jahren spielen und jetzt kann das aufs Wort genau, kann das für dich perfekt durchgetaktet geschrieben sein. Mhm. Und es ist dann trotzdem nicht so gut, wie wenn du es jetzt machst, weil du einfach nochmal ein besserer Comedian bist. Ja, wenn du nochmal so ein Skill hast. So. Und, äh, und, und ich habe langsam das Gefühl, dass das jetzt dann nach, keine Ahnung, elf Jahre, dass ich so ein bisschen an den Punkt komme, dass ich eben mehr auf mich vertraue. Ähm, darum habe ich jetzt auch da einen speziellen Prozess gehabt, mit wirklich nichts mehr vorher zu schreiben, sondern einfach bei Tryouts das Zeugs rauswalzen. So. Ja. Also du hast es jetzt wie einen Text ausgeschrieben. Genau. Sondern einfach bei Ideen, bei den Tryouts. Ja. Ja. Fair enough. Und. Machst du es mittlerweile auch so? Ich schreibe nicht mehr so, guten Abend. Nein. Ich mache nicht mehr. Es hilft mega fest. Also generell. Mich beschränkt es eben, das habe ich gemerkt. Ich habe das Gefühl, wenn ich jetzt etwas schreibe und ich sage, so sage ich das dann auf der Bühne, dann komme ich auf der Bühne gar nicht so fest auf die Idee, ah, ich könnte das mal irgendwie switchen, ich könnte mal irgendwie noch ein paar Sachen mehr dazu sagen. Ja. Sondern es ist in meinem Kopf und das ist wahrscheinlich, weil ich vom Theater komme, weil dort hast du wirklich Text gelernt. Mhm. Ja und es ist halt schon so ein bisschen ohne Netz auf der Bühne gehe mit, hey im Falle, ich habe eine mega dumme Idee. Ja. Aber ich meine, ich genieße ja den Luxus, dass ich halt wie da wöchentlich so immer meine zwei Open Mics habe, wo ich spiele oder moderiere, weil ich gehe jetzt so immer das Balz zu Matteo und so, weil es wirklich mega fun ist. Ähm. Und ich bin jetzt wirklich auch so ein bisschen so cocky geworden, dass halt so eh klassisch so ein bisschen, ich habe am Anfang etwas, wo ich weiß, es funktioniert wahrscheinlich, aber ich bin dran, dass ich wieder safe rauskomme. Aber in der Mitte kann ich machen, was ich will. Absolut. Und ich habe es jetzt, glaube ich, endlich geschafft, so ein bisschen wirklich frei mit, okay, ich habe einfach diese Idee und ich pitche es einfach mal den Leuten. Ja. Und während dem Pitchen kommt dann meistens schon etwas in den Sinn und es ist immer so, okay, was kann ich da noch dazu, komm, hauen wir noch etwas dazu, hauen wir noch etwas dazu. Und es ist schon wie in einem Film, ich bin schon noch nicht so unglaublich abgelöscht und und bin einfach wie so ein und gebe, also ich gebe schon keinen Fick. Nein, das sollst du ja nicht. Nein, aber halt wie so diese schöne Mischung. Ja. Du solltest keine Fick geben, dass du das jetzt... Dass du das einfach jetzt ausprobierst. Dass du das jetzt so ausprobierst, aber du solltest eine Fick geben auf die Reaktion und ist das jetzt wirklich etwas, oder? Genau. Ich glaube, das ist ja für mich, ich bin vor allem süchtig nach dem, nach dem Gold zu suchen, nach dem Nuggets zu finden. Und ich finde, das hast du so fest eben mit dem Prozess. Das, wie du sagst, du hast einfach so deine weirde Idee, wo du wirklich so kommst und sagst, schau mal in meinen Kopf hinein. Ja, willst du meine letzte grosse Idee? Also komm. Also es ist wirklich mega schlecht. Es ist mittlerweile mein Level. Lohnt es sich, dass du mich unterbrochen hast? Nein, gerne. Bitte nicht weiter. Ich hatte nicht viel zu sagen. Nein, mir ist ja gerade aufgefallen, was ich jetzt eigentlich gerade sagen wollte. Es wäre das erste Mal in der Geschichte vom Feel Good Podcast. Du hast es einfach, wie es wäre, du dich stöhnt. Nein. Das kann man mir nicht vorstellen. Das kann man mir nicht vorstellen. Ja. Nein, der Logomass ist es gegangen. Wieso, dass es stinkt beim Scheissen. Also es ist wirklich... Jetzt ist es eben... Schlussendlich ist es ja nur ein Trick, um allgemein über die WC-Situation zu reden. Weil ich muss ja nicht über Scheisse... Es ist ja gruselig, um über Scheisse zu reden. Mhm. Hey, und dann mache ich es. Und auf das Mal mache ich mich eine Minute lang darüber lustig. Also eh... Ich glaube, massive been done before. Einfach so, dass mit dem Familienpack WC-Papier noch durch die Stadt laufen und Leute grüssen und so. So, hey, ich muss auf das WC und so. Also es ist wie... Es ist einfach allgemein alles lustig, aber so wirklich ohne Ideen diesbezüglich, sondern wie... Ich habe mir auch überlegt, wie es vor 200 Jahren war. Irgendwo so Feierabend vor 200 Jahren. Ja. Es ist so lustig. Die Idee allein ist schon lustig, aber du kannst dann wie so... Pfff... Okay, ich meine... Ja, du schaffst halt... Weißt du nicht... So lange... Sobald es hell ist, macht es wahrscheinlich... Und du gehst ums Feld, geschaffen. Dann musst du irgendwann nach Hause, weil es das Kontext und so... Und dann... So einfach... Dumm, unüberleid, einfach nur riffen. Mhm. Und dann machst du es irgendwie dreimal und jedes Mal geht es auf eine andere Seite und manchmal wird es zu weird und manchmal ist es zu doof, aber eigentlich ist es wie so... Hey, das ist eigentlich... Das könnten legit gute Nummern sein. Mhm. So. Es ist zwar schon sauddumm, aber es baut ja auch darauf auf, dass es einbringen und darum ist es wie fair. Aber ja... Ich finde allgemein... Schreiben... Aber ja, ich glaube der Muskel mit... Du weißt eh, wie man lustig ist. Oder lustig wirken kann. Wie man schreibt... Hey... So das ist glaube ich etwas. Ist ja eh so der Grund... Yeah. So der Grundmuskel. Und dann finde ich es ab und zu lustig, wenn du mega lange in eine Idee verliebt bist und du probierst es mega lange. Und die Leute sind einfach immer so... Nein! Jetzt sagst du vielleicht nicht so... Mir passiert es ab und zu, ich laufe wirklich gegen eine Wand und ich bin dann so verliebt in diese Idee. Ich kenn's. Ich kenn's. Aber was schittert das meistens? Äh... Nein, ich hab... Zu rassistisch. Genau. Zu misogyn, zu rassistisch. Ja. Äh... Nein, ich hab... Ich hab gelernt... Und darum ist es jetzt auch gut bei diesen Podcasts, äh... Äh... Darüber zu reden, weil... Weil man es immer wieder spiegeln kann, sozusagen. Ich hab gelernt... Hey, wenn es nichts ist, dann kannst du es wirklich einfach gehen lassen. Oder? Das alte Sprichwort, kill your darlings. Es ist... Es ist... Die Comedy ist gleich sehr demokratisch. Und Menschen... tun unisono innerhalb von... Bruchteilen von Sekunden, tun sie entscheiden... Nein. Du hast es jetzt schon zweimal gesehen, dann könntest du es als neues Programm übernehmen. Was? Unisono. Habe ich schon zweimal gesehen? Unisolo. Unisolo. Nein, ich hab den Titel für's nächste. Ja. Wie heisst? Das sag ich jetzt noch nicht. Ja. Wieso ist es auch so krass wie der aktuelle? Oder das davon? Zero? Zero ist doch geil. Zero ist cool. Stand auf. Ist auch geil gewesen. Sorry. Das hat ja ausgesehen wie Stand Up. Oder? Und dann ist einfach die Panik ganz fertig. Und dann hast du noch das Ausrufen zu sagen... Ja, ja. Ich hab den Joke schon verstanden. Hey. Ich hab gemerkt, viele haben es nicht gecheckt. Nein. Ah, nice. Das hab ich wirklich auch nicht gecheckt. Darf ich es kurz anschauen? Also das ist ja das, wo du so Fisheye mässig in die Kamera schaust, oder? Genau. Obwohl wir gar kein Fisheye gebraucht haben. Ich hab meinen Körper so verbogen. Hey, speaking of verbogen, hast du das Cover von meinem neuen Album gesehen? Yes, hab ich gesehen. Ja, das ist ja auch sehr verbogen. Also Achtung, jetzt mal schauen, ab wo du Christoph wieder zugelöst hat. Was suchst du zuerst? Ja, das Cover von diesem Album. Nein, nein, nein. vom Joels Standauf-Sujet. Quasi das Artwork von seiner vorletzten Tour. Hast du eigentlich schon ein Snooze drin? Nein. Weil ich glaube, ich ballere mir jetzt auch ein. Ja? Stimmt. Hier schau ich jetzt. Okay, das ist die breite Version. Aber es geht auf jede... Genau. Und das ist ja eigentlich Millimeter, wo auf, vor, ab. Genau. Ja. Genau. Und es ist lange auch noch Diskussionen gewesen, weil ich hatte natürlich in verschiedenen Dialekten mir sagen lassen, wie man aufstehen sagt. Ja, ja. Aber ich habe gemerkt, das ist wirklich so... Die Outskirts von der Schweiz, die sagen Standauf, oder? Und nachher kommt es dann Standauf. Und... Hey, reden wir nicht über Dialekt? Wieso? Ja. Ich weiß nicht, ich bin... Ich komme nicht draus mit Dialekt und klar, mein Dialekt. Eher... Sagen wir... Manche sagen der Schönste, ich sage eher der... Bemitleidenswerteste oder der... Kringverdiener von der Dialekt. Äh... Ich weiss so, ich komme bei Dialekt besonders, wenn die Leute dann so gehacken würden mit Nice schreibt man so, ist wie so. Ja, ja, ja. What are we talking about? So. So. Und jetzt sind wir eigentlich Baslerdeutsche Leute. Habe ich mir auch... Also, habe ich gelernt und habe mir sagen lassen. Sie sind ja eigentlich am Nächsten am Hochdeutschen. Mhm. Ja. Und darum muss ich wie sagen, äh... Habe ich hier absolut Platz 1 für mich jetzt bei Schweizer Dialekt. Wie? Ich bin zwar wüsst. Ja. Ich stelle mich nicht falsch. Aber... Schlussendlich geht es darum, wer kann am besten Deutsch? Ich will Basler. Ich bin mir nicht so sicher. Der Boomer da. Laptop. Ich bin am recherchieren. Nein, das ist schon gut. Was ist das für eine Recherche? Was ist das für eine Recherche? I'm waiting on you. Ich bin vorher in der Tram hierher gefahren bzw. es war noch im Bus im 32er. Ja. Ja. Und dann wirklich hatte ich ein Kopfhörer nicht drin, weil ich aufpassen musste, weil ich kein Billett hatte. Klassiker. Mhm. Weil ich vergessen habe, so ein Billett zu lösen und momentan ist mit einer SPB-App too screwed. Anyway. Und ich bin eh schon... Too screwed heisst, jede Karte, die du hinterlegt hast, hast du kein Geld drauf. Auf jeden Fall bin ich im 32er und das finde ich so lustig. Wenn man... Es gibt es ja manchmal, wenn Leute vorbeilaufen und du hörst nur Ansatz. Mhm. Und dann hast du meistens Gold. Mhm. Äh... Das war genau das Gleiche. Aber jemand hat einfach vergessen, dass du das Handy auf lautlos stellen oder Kopfhörer eintun. Und es ist einfach aus dem Off höre ich einfach die Stimme vom ehemaligen Präsident Trump. Und so... And I'm gonna be president again. Und ich hab wirklich so lahm. Das hast du so gut gesehen. So... Hey, wenn ich wieder Präsident bin, einfach so aus dem Off, aus dem Neuen, das Erste, was hörst. Im ÖV. Wunderbar gut. Wunderbar gut. Aber äh... Genau. Du willst den neuen Titel nicht sagen? Nein, weil es ist noch nicht ganz definitiv. Aber ich bin recht, ich bin recht dort. Ja. Darf ich aber eine Frage zum Titel stellen? Ja, klar. Ist es etwas Deutsches oder Englisches? Wedernoch. Oha... Bello... Ferns... Esperanto. Finde ich gut. Wedernoch... Wie hast du das jetzt rausgekommen? Nein, wedernoch soll ich sagen, was es ist. Joel Mutzenbecher mit seinem neuen Programm. Und es ist einfach ein Fragezeichen. Du bist einfach so... Ah, du machst auch noch etwas. Auf dem Poster? Nein, nein, nein. Es geht in eine andere Richtung. Ah nein, das Emoji. Das Lach Emoji. Das Lach Emoji. Ja. Weißt du wie geil? Boah, fuck. Ähm... Ich hab mal ein Lichterstander Presse. Ähm... Wo ich damals... Ja, eh relativ frisch Comedian gewesen bin. Ich glaube 2020. Er hat Kulturzeitung im Lichtstanz. Cool. K.U.L. M.K.U.L. Er hat eine Seite gemacht, quasi mit Fragen, über Comedy. Mhm. Oder was lustig ist. Mhm. Das hattest dir aufhanger gesehen. Ähm... Und die Seite, das ist ein ganz schlimmes Foto von mir, wenn ich live im Theater am Kirchplatz im Takt dieater Lichtenstein bis zu Serio schon mal aufgetreten. Obwohl, du bist eher der Schlösselkeller Comedian. Ich bin, ich bin, äh... Ich bin, äh... Irgendwann werde ich es ihr. Ja, ja, ich habe geopend für dich. Ich habe operiert für dich, genau. Und ich habe mal... Irgendwenn werde ich sie, ja? Ja, ja, Takt. Takt kriegen wir her. Auf jeden Fall, Takt Chirac, auf jeden Fall bin ich dort aufgetreten mit einem orangen Sack und so einer Gitarre, weil ich halt noch einen lustigen Song hatte, weil ich 25 Minuten machen musste. Ich muss mit allem schaffen, was ich habe. So eine Covid-Show mit der Chance haben wir gemacht. Hey, und wirklich ein schlimmes Foto und so schlecht ausgeschnitten. Und die ganze Seite war voll Emojis, die so unglaublich fest lachen. Aber nicht so die Oji-Emojis, sondern die, die deine Tante GIF-mässig noch im E-Mail drin hat. Die free for all. Auf jeden Fall, alles voll Emojis. Und dann hat es einfach noch so Street-Jokes draufgekommen, die nicht von mir waren. Und es hat aber alles so gewirkt, als ob alles von mir ist. Es sind wirklich einfach so Witze draufgekommen. Es ist so schlimm wie die Blickwitzeiten, wo irgendwie Leser, hauptsächlich Leser, du tust ihn jetzt nicht. Ja, oder halt, oder sagen wir, Lass mich Witze. Genau, so Leser-Innenwitz. Oder wie halt, wo der Anfang von Late-Night-Switzerland, wo ja jemand so einen Flachwitz macht. Ganz am Anfang, also von Emi, da, Zeug und so. Kommt immer so, keine Ahnung. Aber ja, haben wir schon mal über Witze geredet. Was ist dein Lieblingswitz? Weil man muss ja eigentlich auch noch Flager haben. Ja. Weil man sich ja aufregt, dass die Leute einen fragen. Aber es ist zu spassbremsig, zu sagen, ich bin Künstler, ich erzähle keinen Witz. Was mir kürzlich in Erinnerung gerufen worden ist, von einer recht bekannten Comedian aus der Schweiz, die gesagt hat, du hast mal diesen Witz erzählt, mit der Vogue, den habe ich so lustig gefunden. Und ich so, ah, den habe ich komplett vergessen. Einen Witz mit der Vogue, finde ich gut. Und für dich, weil wir es ja schon vom Scheissen gehabt haben, erzähle ich dir das jetzt. Ja. Und dann treffen sich zwei Dudes. Und dann sagt der Arniti, hey, dank meiner neuen Wogue, weiss ich endlich, wie viel ich schiesse. Pah, ja. Und dann sagt der Ander, ja, mega geil, gell? Wirkst dich vorhart, gehst aufs WC, wirkst dich danach. Und dann sagt der Erste, ah, so geht's auch. Fair. Ja, der hat die Mühlpitzchen bewegt, der hat die Mühlpitzchen bewegt. Ja, ja, aber es ist einfach so ein gescheiden Witz. Es ist einfach so ein gescheiden Witz. Das ist jetzt so, was ich mega gerne beobachte, besonders in der Schweiz, weil, ich meine, du kennst dich da nochmal viel besser aus, weil es gibt ja wie so, es gibt ein paar gewisse Sparten von Publikum. Es gibt wirklich das Publikum, wo eigentlich ein guter Joke beklatscht. Es wird gelacht, aber es wird gleich auch geklatscht. Was teilweise mit dem Rhythmus von einem Stock, finde ich, mega screwen kann. Da ist Deutschland viel schlimmer. Deutschland klatscht nur, oder? Deutschland klatscht, da klatschen so bei den Mics die ganze Zeit. Ja, und sie klatschen im Setup. Und du bist wirklich so, aber warte doch noch fünf Sekunden. Warte doch noch schnell fünf Sekunden, weil dann sage ich Gacki. Nein, ich sage zuerst Gacki und dann kommt aber der Joke dazu. Das war jetzt, weißt du, genau bei diesem Witz war es so. Dank der neuen Vogue weiss ich, wie viel ich scheisse. Was? Und dann sagt die andere Person, ah ja, wirkst dich vor, wirkst dich noch. Gut, man muss aber auch dazu sagen, die Deutschen haben ja eine Geschichte mit viel Klatschen und Jubeln. Ja, aber es ist immer das Gleiche. Ja, okay, und dann gibt es andere Typen in der Schweiz? Genau, aber meistens, in der Schweiz wird ja immer geklatscht, wenn es so ein bisschen gescheit ist. Also es ist wie, dann meistens ist es irgendwie ein bisschen gescheit, habe ich gemerkt. Der Grund, wieso das die Leute klatschen, weil es ist eine Finesse, wieso das klatscht durch einen guten Joke. Und oft ist es dann der Joke, der so ein bisschen gescheit ist. Er ist wie so der, ah ja, so könnte man es auch machen. So der, so der, so der, ich finde der Frank macht viel so mega gescheite Witze. Ja. Wo wir so in Disguise sind, ich bin jetzt gerade mit ihm im Zimmer. Also eher die Premiere gesehen, letzte Woche noch in Bern auftreten. Übrigens schaut das Stand-Up in Bern, das ist so geil dort. Sehr geil. Das habe ich mega cool gefunden. Auf jeden Fall, ähm, will ich eigentlich damit sagen, dass bei mir und mir jemand klatscht. Sondern die Leute verschämt zur Seite schauen. Nein, ich erzähle dir noch meinen Lieblings-Strasse-Witz. Sehr gerne. Beziehungsweise ich kann dir zwei sagen. Die Hand ist ein bisschen gescheit. Sollt ihr anmachen, dass die Leute klatschen und an, wo einfach doof ist? Yes, please. Oder nur an? Nein, mach beide, aber du hast vor Ort von Snus geredet, ich hole mir jetzt ein. Okay, sehr gut. Äh, soll ich warten, bis du zurück bist? Oder soll ich einfach mal in die Kamera einen Witz erzählen? Verzähl mal das Set-Up, ja. Okay. Also, äh, wie viele... Es gibt auch so Leute, die so Performances machen, oder? Kennt man. So Performance-Kunst. Das ist, wenn die Leute zum Beispiel... Ja, ich weiß es nicht. Das normale Bürgertum weiß wir nicht, was Performance-Kunst eigentlich genau ist. Also, wie viele Performance-Kunstlerinnen braucht es, um ein Glühbier zu wechseln? Wie viele? Hey, ich weiß es so nicht, ich bin noch eine Viertelstunde gegangen. Ah, ha, ha, ha. Siehst du, ist es ein bisschen so? Okay, ja. Okay, mein absoluter Lieblingswitz, äh, gesponsort vom, äh, Hotel Victoria in Meersburg, vom guten Kollegen Ali Europa, äh, läuft ein Typ zur Tankstelle und läuft so zur Zapfsäule, schnappt sich so der Zapfhahn, schnappt sich einfach so in den Arsch und lässt so laufen. Dann seht ihr das, seht ihr das, seht ihr das, seht ihr das, und kommt so raus und so, ey, 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 schnell nochmal, und seht ihr, nein, ist super. Cute. Ich finde den Joke so gut. Willst du noch, willst du noch, willst du noch einen komity-spezifischen, äh, Witz hören? Bitte. Äh, Hanni vom, Schulte-Loh, wo es von einem aus England hat. Ja. Sagt die Frau zu ihrem Mann, der Comedian ist, sagt sie, hey, das tun wir mega leid, aber wir sind jetzt irgendwie schon, weiss dir auch nicht, 35 Jahre verheiratet. Mhm. Und wir reden nur über Comedy. Ja. Können wir mal 10 Minuten nicht über Comedy reden? Mhm. Dann sagt er, okay, ist gut, gib mir noch 8 Licht. Ja. Ich hatte das ja gerne. Es, ja, ja, es zeigt, dass es wirklich auch schwierig ist, um nicht die ganze Zeit über Comedy reden, siehst du. Ja, tut alles zusammenfassen, ja. Aber ich muss wirklich sagen, ich bin immer wieder, weil ich jetzt gerade letztens Woche eben mit Frank auftreten bin, dann sind wir zurück nach Zürich gefahren und was ich wirklich mega fest liebe mit jeglichen Comedians, jeglichen Couleurs und egal, auch wie der Act von ihnen ist. Mhm. Man sitzt dann oftmals irgendwo in einem Zug oder irgendwo in einer Bar und redet einfach über, boah, kennst du den Comedian, kennst du den Comedian, boah, das Special, boah, und boah, im Podcast habe ich, hörst du den Podcast, weil ist das passiert und so. Es ist wie eigentlich das, was ich immer gemeint habe, was nur so ein bisschen so der Musik-Snobs vorbehalten ist, ja, bei Comedy genau dasselbe. Ja. Und die meisten Leute sind wirklich auch einfach so richtige Fans-Fans. Ich glaube, es muss auch sein. Ja. Ja, es gibt schon Leute, die vielleicht auch nicht so Fans sind. Aber weisst du, ich merke selber bei mir auch, ich schaue nicht mehr jedes Special, das gerade rauskommt. Ich auch nicht, nein. Eben, und das ist natürlich so wie die beiden Seiten, die du hast, wenn du das dann anfängst, selber machen, dass natürlich ich als Comedy-Fan, ich habe alles geschaut, was irgendwie mit Comedy zu tun hat und ich bin so, ich bin so begeistert gewesen und die Begeisterung, die nimmt natürlich mit der Zeit ein bisschen ab, weil du kennst halt mehr, du hast halt mehr gesehen und eh noch, Alter kommt auch noch dazu, gibt irgendwie, es ist gerade wieder so eine Studie rausgekommen, auch in Bezug auf Musik, dass mit jedem Jahr, wo du irgendwie älter wirst, neurologisch halt Sachen passieren, dass du, wenn du ein neues Lied hörst, dass es dich nicht mehr so catcht, wie noch, wenn du irgendwie 14 bist oder so. Und ich merke das zum Beispiel, wenn ich jetzt noch einen Song habe, der mich so richtig packt, hey, dann lese ich das vielleicht fünfmal, ganz fett, ganz fett zehnmal. Ja, und früher hast du CD-Single gekauft und hast es eine Woche lang nur gelassen. Und hast hundertmal hintereinander und immer wieder, sobald es fertig ist, habe ich so wieder die Welle. Und jetzt bin ich so, wenn es gerade fertig ist, ah, jetzt lese ich etwas anderes und vielleicht am nächsten Tag, ah, komme ich lese wieder das Lied. Ja, also ich habe es schon, es habe ich schon noch gut, bei mir ist Musik auch noch mal ein bisschen auf einem anderen Ding, so ich bin schon immer noch ultra Fan-Fan. Ja. Aber ja, mittlerweile ist es schon so ein bisschen so pappenmässig so, ah, ja, ja, schauen wir mal, was diese Band macht. Und es gibt noch die wenige, wo ich wirklich so ultra Fan bin, wo es einfach wie, hands down, sobald es rauskommt, wird es reinzoggen. Ja. Ich kaufe Platten oder auch bei gewissen Comedians, wenn dort ein neues Special kommt. Absolut. Ich warte vielleicht nicht bis Punkt Mitternacht, bis es online ist, aber es wird relativ zügig. Habe ich immer auch noch, so. Aber nicht mehr nur. Nicht mehr nur, und ich finde auch bei, ich finde besonders so bei Comedy oder bei Musik machen, finde ich es noch spannend, zum Beispiel jetzt bei dem Album, wo, da merke ich die ganze Zeit wieder ein Segway zum Probieren machen, zum Werbung machen für mein Album. Ich habe es eh in den Show Notes, aber wir können gerne über die. Nein, nein, gerne nicht, aber so das Ding ist wie, ich habe zu einem Zeitpunkt, habe ich mega fest ein Album gelassen und ich höre da mega fest Nuancen raus. Ja, und es ist eigentlich auch ein bisschen das Gleiche, dass wenn ich zum Beispiel die ganze Zeit, zum Beispiel das Shane Gillis Life at Austin Special, ist vielleicht das, was ich am meisten geschaut habe jetzt die letzten Jahre. Das habe ich mir wirklich gesehen, hat es schon fünfmal oder so. Ja, gut geht und nur 40 Minuten, was ich finde, die beste Länge ist für ein Special. Und nicht, dass wir sind auch ein bisschen verschieden als Typ oder so, aber irgendwie passiert trotzdem etwas, dass du so oft mal einen Joke machst, der dann wie so der ist. Und das ist einfach so, ja, ich sollte vielleicht auch weniger, vielleicht so ein bisschen weniger dann etwas mega abfeiern. Das ist das, was ich gemerkt habe, dass, wenn ich wirklich überlege, wo ich angefangen habe, ganz, ganz am Anfang, ein von meinen grossen Helden in der Schweiz ist gesehen, der Nils Althaus. Ja, kenne ich. Schauspieler und hat dann auch ein Kabarettprogramm gemacht, oder? Und er hat verschiedene Rollen gespielt und dann weiss ich noch, habe ich mal mit einem Kollegen darüber gesprochen und ich habe mein allererster Bit gemacht und das ist eben der Messenspeaker gesehen, jetzt geht es nochmal ab hier, blablabla, so, oder? Und einfach, ich so gefunden, ich würde so gerne etwas machen wie der Nils Althaus. Und mein Kollege dann sagte, aber du bist nicht der Typ, du bist nicht der Typ, der das macht, sondern du bist der Typ, der der Messenspeaker macht, oder? Und das habe ich mir dann sehr zu Herzen genommen, weil ich gemerkt habe, ah ja, so, alle Menschen haben ihre eigenen Schwächen und Stärken und man muss halt schauen, dass man die Stärken möglichst rausbringt und die Schwächen möglichst weglässt und in dem gut wird. Und so finden wir dann auch viel mehr, ich sage jetzt die eigene, sie sagen immer Voice, find your voice, blablabla, aber auch die Gebühnenpersönlichkeit, oder? Und dort habe ich dann auch oft gemerkt, Sachen, wo ich bewundernd schaue, können mich eigentlich nur deprimieren, weil ich dann so finde, das kann ich nicht. Ja. Und vor allem merke ich dann auch, das wäre aber auch falsch, wenn ich das würde machen. Voll, aber ich finde, wenn etwas so richtig geil ist, dann bin ich immer wieder so, bah, und ich mache ihr mir das gleich und ich finde es voll geil. Es ist einfach, wenn ich wirklich an ein gutes Konzert oder ein gutes Stand-Up-Programm sehe, oder ein gutes Kabarettstock, bin ich wirklich einfach, dann komme ich eigentlich heim und bin wirklich high und einfach so, wow, und dann irgendwie schreibe ich aus ihm aussen irgendwie gleich irgendwie einen Song oder irgendeinen Joke oder gehe am nächsten Tag auf die Bühne und bin einfach wie so, so mega im Flow. Klar. Amix gibt es so wie so der, dass jemand da so zerstörungsmässig Endboss, besonders vielleicht die Leute, die gleichzeitig angefangen haben, wie jemand oder sowas. Ja, ja, ja. Dann bin ich wie so, bah, shit, ich bin eigentlich verdammt schlecht. Bah, fuck. Aber weißt du, zum Beispiel, ich habe das jetzt gehabt mit dem Maxi, Gestettenbauer. Gestettenbauer. Ihn habe ich mal, also oft mit ihm auftreten und so, und ich habe ihn einmal gesehen in Bernhard Mixed Show, wo auch der Rob auftreten ist. Ja. Und der Maxi hat eben so Endbossmässig, er hat so unglaublich zerstört. Er ist mega funny. Aber so richtig. Ja. So, wenn die Leute sagen, oh, ich habe gehillt, dann sagst du, nein, 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 schau mal den Auftritt an, das ist gehillt. Gut, aber ich finde, Leute, die in der Schweiz sagen, ich habe gehillt, ist sowieso schwierig. Und ja, aber er hat in der Schweiz gehillt. Richtig gehillt. Und dann habe ich immer mit dem Rob telefoniert, ein oder zwei Tage später, und ich so, hey, Rob, Maxi depressed me. Und dann so, oh, don't worry about it, he depressed me too. And I've been doing this shit for 35 years. Und jetzt, der Frühling, habe ich Pott mit ihm gemacht, sind wir noch ein bisschen rumgehängt, am nächsten Tag hat er solo gespielt, ich bin schauen, und dort habe ich das Gegenteilige gehabt. Ich bin heimgegangen, also ich habe nicht gesagt, das ist, glaube ich, die Deutschsprache ist das Beste, was ich jemals gesehen habe. Und es hat mich nicht deprimiert, sondern es hat mich beflügelt. Ja, ja. So, weil ich mit ihm irgendwie auch noch ein bisschen über den Prozess geredet habe und irgendwie ihn halt auch als Mensch gerade sehr gespürt habe, es klingt jetzt so blöd, aber er ist mir irgendwie gerade nachgesehen. Und dann habe ich gesagt, fuck yeah. So, wirklich, als hat man mir irgendeine Delta-Flieger angemacht und jetzt geht es richtig los. Ja, also es ist auch, wo irgendwie der Felix Lobrecht irgendwie bei uns am Open Mic auftreten ist, letztes Jahr, und er hat einfach irgendwie 10, 15 Minuten lang wirklich einfach nur gebombt. Es ist richtig, richtig schlimm gewesen. Also, er ist natürlich genug professionell und genug cocky, dass er es wie gut verzahlen hat können, einfach so. Ich meine, bester Spruch, hey, wenn ihr mein gutes Material sehen habt, wenn ihr halt eine Show von mir kommt. Oh Gott, ja nicht, ist alles ausverkauft seit einem halben Jahr. So das, aber wirklich so gut. Und dann ist er eh so cool gewesen, hat alle Comedians, die in dieser Show auftreten sind, einfach GL genommen, in der zweiten Show. Hat er mir den Rest ja angeschaut, und es ist einfach so. Absolute Welt, also ich habe es so gut gefunden und habe eigentlich null Sympathie für den Dude, whatsoever. Besonders, weil ich auch einfach so seine, eben das Zeug, und ich habe sonst noch nie ein Stand-Up von ihm gesagt. Ja. Und dort ist es einfach so, okay, ich sehe natürlich schon jemand, wo mega gut ist, mega fest daran arbeitet und seit Jahren dabei ist. Aber wie so, boah, das ist super cool. Und das ist möglich. Nicht, dass ich annähernd irgendwie das Gefühl habe, dass ich mal irgendwo mehr als 100 Karten verkaufe. Aber so, shit, man, das ist so geil. Das ist mega nice. Ja, das habe ich bei Musik auch sehr oft. Aber bei Musik passiert es dann halt nochmal mehr, weil Musik funktioniert ja, finde ich, sehr simpel, besonders Popmusik. Weil ich meine, es gibt irgendwie C, D, E, F, G, A, H, C. Es gibt irgendwie, keine Ahnung, so ein paar, so zwölf Töne oder so, gell? Ähm, und das ist natürlich schon so, wie halt so Lottozahlen, da ist schon ein Million Möglichkeiten, um es hier mit zu kombinieren. Aber eigentlich ist immer alles C, G, A, F. Mhm. Und four-chord-Songs. Kinda. Oder meistens so zwei oder drei und dann Bridge sind eh eigentlich die gleichen zwei, aber das ist ein bisschen anders engagiert. Aber, arrangiert, nicht engagiert, aber ich bin schon ein Arangierter. Ich dachte, ich lasse es. Ich dachte, ich lasse es stehen. Hey, fair enough. Ähm, und dort ist es schon nochmal viel einfacher, besonders wenn du da einfach einen Mood nehmen kannst. Voll. Und dort ist es mir schon mehrere Mal passiert, wie so. Ah, stimmt, das ist der Song, den ich gerade aufgenommen habe, ist der Song, den ich jetzt so ein bisschen gehört habe. Und ich habe es aber nicht gecheckt während dem Aufnehmen. Ja. Am Nachmittag lang bin ich einfach wie so, wow, ich fühle das mega fest. Es ist so, hey, das ist glaube ich mein neuer Lieblingssong. Well, guess what, es ist ein Fahrer schon gesehen. Du fasst da. Wobei, ich habe schon Geschichten gehört von, weißt du, wirklich so 1A-Promproduzenten, die dann halt an ein Konzert gehen und dann nach einer halben Stunde gehen, wie sie ich nie ahne, fuck. Ja, aber dann bist du ein verbesseres, also, weil ich nichts gegen eine Leute sage oder so, aber ich glaube, dann bist du vielleicht so ein verbesseres Arschloch, der vielleicht auch nicht Fan ist oder so. Ja, aber. Man kann immer alles aus Fan sein. Klar, aber ich verstand den Impuls. Also weisst du, ich bin mal Kevin Hart in Amsterdam gegangen, gell? Und es hat mich auch recht möge, so, weil ich auch so gefunden habe, das ist, es ist nicht einmal, ich habe nicht einmal das Gefühl gehabt, dass wir das Gleiche machen. Weisst du, es ist so, so weit entfernt gesehen, dass ich gesagt habe, es ist wie ein Helene-Fischer-Konzert. Es ist alles perfekt. Voll, aber ich finde, trotzdem das gute Zeug ist, wenn du dich ja dann eigentlich wie in dem verlierst. Genau. Also wirklich ein gutes Programm ist zum Beispiel, als ich dich in Basel geschaut habe. Oh, okay. Natürlich kleine Momente, wo ich so bin, ah, ich glaube, er probiert jetzt gerade das oder das ist der Joke oder so. Weil so denkt man ja am meisten. Absolut. Und ich glaube, so beim zweiten Mal, wenn ich dann so denke, boah, das ist schuldig gut und du erzählst ihren Story und dann bist du eh der Story drin und dann ist es für mich einfach so ein Lachfest gewesen und irgendwann bin ich dann nervös geworden, weil ich denke, scheisse, ich muss nachher mal wieder nicht durchfahren. Also natürlich schon, so der Oma ist eben wohlgemerkt in Basel und es ist irgendwann unter der Woche und wahrscheinlich am nächsten Tag muss ich irgendwo meinen Arsch für ihren Hunderten Nöteln irgendwo verkaufen. Und dann musst du noch Kokos machen. Ich finde, dort ist es einfach wie, aber ich finde auch dort, klar, du absolut anderes Level länger dabei zu sehen, aber dort ist es einfach wie so, boah, Mann, das ist einfach super geil und auch wie, ich bin Zuschauer gesehen innerhalb vom Ganzen und nicht einen abgelöschten Kollegen, der einfach, ah, ja, 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 nein, ist ein guter Stock und so, meh, so der. Ich lief so einfach immer jegliche Premiere, wo ich bin, weil wir geniessen ja den Vorteil, dass viele von unseren Kolleginnen und Kollegen ja die ganze Zeit ihnen etwas machen und dann geht man dort hin und ich muss mittlerweile, muss ich sagen, es gibt einen Grund, dass ich nicht mehr so gerne Premiere gehe, nämlich weil ich seit drei Jahren gefragt werde, wenn dann mein Programm endlich rausgekommen und ich habe literally nichts, also eben neun, fünf Minuten, um aufs WC zu gehen. That's pretty much it. Aber bist du auch noch in einer Planung? Moll, ich bin jetzt in einer Planung, ich bin wohlgemerkt in einer Planung und ich muss den alten Spielverderber-Move machen und einfach wie ein, keine Ahnung, irgendwie am nächsten Frühling, effektiv einfach das Datum, das ist die einzige Möglichkeit, das ist die einzige Möglichkeit, ja, ja, weil ich habe jetzt schon gemerkt, ich habe nicht wenig, so und so gerne genug Zeug, wo ich nicht hasse, weil ich will nicht, glaube ich, nichts spielen, was ich doof finde, nein, muss ja nicht, auch wenn es das erste ist oder so und auch wenn es getestet ist, aber ja und das Geile ist, sobald das dann halt in eine Struktur anfangen, entsteht noch so viel mehr, dass dann eben irgendwie, vor allem wenn du es bitte eben nicht scheisse findest und du Spass hast, dann hast du auf einmal durch die Möglichkeit, dass du das, dass du Zeit hast, dass du das kannst expandieren, denkst du auf einmal so, boah, da können wir ja nochmal, können wir nochmal einen Stockwerk dazu bauen, weißt? Ja, und ich meine, ich bin jetzt wie auch so seit einem halben Jahr wieder anders an Sachen am Arbeiten, wie eben vorher da besprochen, mit so ein bisschen eher so Riff City und so und dort ist es wie, ich kann wirklich jetzt Sachen nehmen, die ich vor einem Jahr mal gespielt habe, wo ich Lustig gefunden habe, wo ich aber mittlerweile vergessen habe und ich komme schon nochmal mit irgendwie zehn anderen Tags und es ist einfach wie so. Und das ist für mich, dort ziehe ich, obwohl ich super unmusikalisch bin, ich ziehe mega die Parallelen zur Musik, oder? Also, das ist einfach, ein Song kann ja auch nochmal anders tönen in einer bisschen anderen Version, es ist eigentlich der gleiche Song, aber es gibt, keine Ahnung, es gibt die Acoustic Version, live finde ich auf einmal, ah, Solo kann man machen noch ein paar Takt länger. Genau, wenn man sagt, es hat länger. Und so, oder? Und ich sehe es mega fest in dem Punkt wie Musik. Das ist einfach, du kannst, und das ist für mich eigentlich das Schreiben, war dann wieder Popsong und der hat wirklich, genau, äh, Intro, Verse, Chorus, Verse, Bridge, was auch immer. So, oder? Nein, Verse, Chorus, Bridge, Chorus. Irgendwie so. Und dann bleibst du eigentlich immer bei dem? Du bleibst eigentlich immer bei dem, ich finde, es gibt auch eine gewisse, ähm, finde ich, es gibt auch eine gewisse Stärke von, dass du genau beim Rezept bleibst. Mhm. Ähm, aber, je nachdem, und ich meine, ich finde es eh cool, wenn Comedians einfach wild gehen und einfach, äh, und eben, ich finde, das Schreiben, okay, cool, die Nummer ist eigentlich fix und was dann nachher noch daraus passieren kann, finde ich, kann man einen schönen Queervergleich machen zu einer Band, wo ich sehr gerne habe, wo viele Leute so ein bisschen belächeln, oder es ist ein bisschen ein Insider-Joke, aber ich finde Chili Peppers, fast. Aber Nickelback ist auch underrated, für alles, was es ist. Ich finde Nickelback recht geil. Nickelback ist wirklich, ich finde es recht cool. Ja, und Chili Peppers liebe ich. Ich liebe Chilis und ich meine, Chilis sind einfach so verspielt und immer wieder, sie sind halt auch so eingespielt, verspielt, dass sie halt eben, ähm, sie spielen am Anfang immer so einen 5-Minuten-Jam und dann kann sie irgendwann so Can't Stop, oder so, was meistens der erste Song ist. Aber das Intro ist nie das Gleiche und wie sie dort herkommt, oder überhaupt. Ja. Aber gleichzeitig finde ich, Musik mit Comedy verglichen ist mega unfair, weil Comedy ist so schwierig und Musik ist jetzt wirklich Pipi einfach. Wirklich? Oh mein Gott, nein. Findest du? Ja. Ein Konzertspieler? Ferien. Wirklich Ferien. Ein Konzertspieler, du kennst doch sicher die Comedy-Gigs von, es flutscht einfach Ohren und es ist einfach, es ist literally no work. Klar, du bist gut vorbereitet rein, aber es ist, du hast gerade einen super Tag, oder es kann auch ein scheiß Tag sein und auf das Mal macht es einen Switch und du bist am Spielen und du liebst es, das Publikum ist super, alles ist, alles ist easy. So ist eigentlich 90% von allen Konzerten immer. Oh, okay. Und bevor ich eine Comedy gemacht habe, habe ich mir gedacht, der Gig war jetzt nicht so gut. Ja. Ähm, Moll. Moll ist es. Weil es ist so, also ich hatte letztens im Radio darüber gesprochen, wo der SRF 3 Moderator hat halt die ganze Zeit so Verbindungen gemacht, zwischen Comedy und Musik und so, ähm, und hat es mir halt auch wieder aufgefallen, ich finde wirklich, das Konzertspieler, ausser du spielst mit einer Akustikgitarre, unverstärkt in einem Wohnzimmer von 40 Leuten, die dich so anschauen, ja, und du singst gerade einen Song über deine tot Grossmutter, ja, gut, das ist eigentlich eine Comedy. Ja, dann kannst du es vergleichen mit Comedy, aber sobald du da ein bisschen mit einem Schlagzeug und mit einer verstärkten Gitarre und vielleicht läuft im Hintergrund auf dem Laptop noch irgendetwas mit. Ferien. Okay. Ja. Gut, ich, ich empfinde ja, das Auftreten an sich immer als Ferien. Das ist eigentlich, zum. Comedy für dich, Auftreten? Ja, ja. Um den Kreis zu schliessen, wenn ich, wenn ich eben so von leerer Batterie rede und so, merke es einfach alles rund um einen Auftritt, wird einfach immer so Ende Saison, wird es ein bisschen, wird es ein bisschen tough. Ja. Reisen, sogar Soundcheck, sogar das Nachtessen, so, das ist dann alles so ein bisschen. Ja, es ist halt so ein bisschen Groundhog Day mässig, ja. Genau. Aber der Moment, wo ich auf die Bühne gehe, das sind immer meine Ferien. Völlig egal, was ist. So. Und ich denke dann auch so, weil du gerade vor der toten Grossmutter geredet hast, ich am Tag, nachdem meine Grossmutter gestorben ist, hatte ich eine Gig. Ah, okay. Und das sind die einzigen zwei Stunden gesehen, wo ich wirklich. Wo frei gewesen bist, so ein bisschen. Ja, ja. Wo sogar jemand aus dem Publikum noch als Joke eine Frage hineingeworfen hat über meine tote Grossmutter. Nicht gewusst, irgendwie irgendetwas mit Grossmutter und eben nicht gewusst, dass ich gerade tot ist. Ah, ja, ja. Okay, krass. Und dort so zwei Sekunden, ah, ist gestern gestorben. Und wieder weg. Weißt du so, es kann gar nicht. Ja. Es kann gar nicht die Aussenwelt, egal wie schlimm sie ist, sie kann gar nicht genug fest eindringen. Ja. Und darum, das sind immer meine Ferien. Voll. Ich habe seit ein paar Jahren so ein Mantra, das besonders, ich finde als Comedian und du kennst es viel besser. Eben, du fährst irgendwo an, das ist irgendein Ort, Entlebuch oder irgendein so was. Oder Gränicher oder irgendein Ort in der Schweiz. Und du kommst her und du hast da deinen Stuhl dabei und den Mikrofonständer. Im Idealfall hast du noch einen Support, weil du bist nicht ganz so gelöst oder du hast eine Technikperson oder so. Und dann bist du irgendwie so dort und eben Comedy ist noch ein bisschen gechillter, weil du kannst eigentlich auch einfach, hey, ich muss nicht mal das Nachtessen, ich komme eine Stunde vor die Türöffnung oder zwei Stunden oder so. Musik ist ein bisschen komplizierter, weil recht früh ein Soundcheck. Voll. Und du hängst herum. Und du hast meistens Crew, aber ich mache ja auch allein Musik. Und je nachdem bist du halt irgendwo stundenlang. Ja. Vielleicht will dann der Promoter dein bester Kollege sein. oder er will gerne dein bester Kollege sein. Oder du bist einfach irgendwo allein. Er findet dich super scheisse. Und der Techniker hat seine Leserbrille auf der Nase und schaut einfach in sein iPad und lernt irgendetwas über sein neues Mischpult oder so. Und du, vielleicht ist der Herrenweg noch scheisse gewesen. Und das Erste, was du hörst, ist so, ah, übrigens, wir haben zwei Billets verkauft. Aber eigentlich, good news, wir haben eigentlich null Billet verkauft, weil jemand hat die falsche Billet gekauft. So, wirklich so. Ja. Das Briefing. Zwei Tickets sind reserviert. Zwei Tickets sind reserviert. Wir wissen nicht, ob sie kommen, aber sie haben zwei Tickets reserviert. Sie sind noch nie gekommen. Sie sind noch nie gekommen. Sie sind wirklich noch nie gekommen. Und in so einem Moment finde ich, ist es mega wichtig, besonders wenn du sobald du am Touren bist, dass du einfach wie, egal wie wack das es ist, weil es ladet so dazu ein, dass einfach wie mit einer so fickneu-Ali-Attitude einfach so, okay, here we go again. Und mir bringt es mega fest, um einfach wie wir selber so einreden. Und diese 60 Minuten jetzt, oder 50 Minuten, oder 90 Minuten, das ist der Grund, weshalb ich den ganzen Tag jetzt so seich gemacht habe. Das ist der Grund, weshalb ich in der Raststätte einen grusigen Kaffee geholt habe, und dann bei der nächsten Raststätte noch schnell aufs WC haben müssen. Und es ist einfach nur Lämpen. Und wir haben jetzt das wirklich von Judith und von Erwins feine Teig-Hörig gegessen. Mal, es ist fein gewesen, willst du noch einen Nachschlag? Nein, aber es ist im Fall huren gut gewesen, es ist nicht gut gewesen. Und nachher musst du ja nochmal retour und es ist einfach... Und vielleicht verdient du schon kein Geld. Aber eine 60 Minuten, es ist wichtig und es ist geil und es ist der Blödsinn und mega kitschig gewesen. Es ist der Traum, den wir leben oder wir leben dürfen. Und es ist ein Privileg. Und ich finde, es hilft mir mega fest, zumindest wirklich mega fest einzusaugen und einfach ganz klar vor den Augen zu halten. Das ist es. Weil ich bin schon ein dummer Hater-Depp. Und es ist einfach so ein bisschen der. Ja. Und Gott sei Dank so bei Auftreter ist es einfach wie so, nein man, das ist huren cool. Oder jetzt so bei der Fernsehsendung, die Sendung des Monats, wo ich eigentlich immer irgendwie dabei bin. Hey, nach der zweiten oder dritten Episode, wo dann wie auch so ein bisschen so... Ah ja, vielleicht ist es gerne, wie es ich mir so vorgestellt habe. Oder auch die Resonanz ist irgendwie komisch. Oder man kriegt es wie nicht so mit. Oder ein paar Freunde finden es vielleicht auch nicht so cool oder so. Und auf das Mal bist du dann wie so ein bisschen so... Ah ja, heute Abend kommst du dann wieder so im Fernseher oder so. Und machst dann so einen halblustigen Post. Und man schaut selber schon, weil es ist schon noch cool, dass man im Fernsehen kommt. Und dann bin ich irgendwann auch mal, wo ich noch beim Triemlich gewohnt habe, so eine halbe Stunde bevor es im Fernsehen kam, bin ich noch so zur Tankstelle. Und dann bin ich so hergelaufen und dann habe ich so überlegt. Und natürlich so einen kühlen, schönen, Sonntagabendgedanken. Wo man ja auch ein bisschen amix fragil unterwegs ist. Und dann bin ich so gesehen, so... Ich komm nachher im Fernsehen. Ja. So. Und klar, Fernsehen hat nicht mehr den Stellenwert von früher. Aber es ist wie trotzdem... Und nicht einmal sagen Moritz von früher, hey Moritz, by the way, so in Zukunft kommst du mal im Fernsehen. Und nicht nur, weil du gerade jemanden umgebracht hast und man sucht dich, sondern du kommst quasi als Künstler im Fernsehen. Und es ist so etwas Besonderes und einfach wie... Ich muss mir selber auch immer wieder ein bisschen einreden von so... Hey, this is a big thing. Generell. Ja. So. Oder auch wenn jemand mal Leute erkennt oder so, dann... Ich finde es schon okay, dass man ehrfürchtig ist und jetzt nicht so ist, so... Ja, dann machen wir ein Foti oder so. Weil dir ist es wahrscheinlich auch... Dir ist es wahrscheinlich professionell unangenehm. Weniger als früher noch. Ja. Aber es ist trotzdem nicht... Es ist trotzdem nicht normal... Es ist wie so... Ah ja, sagen wir, eh machen wir ein Foti. Aber währenddessen bist du schon wie so... Ah, hoffentlich sieht mir niemand gerade, wenn ich mit jemandem das Foti mache, weil ich komme mir irgendwie dumm vor Ort dabei. Ja, ich habe wirklich sehr, sehr bewusst angefangen, das zu embracen. Ja. Dass, wenn es passiert, dann sagst du okay. Und zwar so richtig. Dann hörst du dich voll und ganz drauf ein. Ja. Ah, das mache ich schon auch. Also es gibt den Leuten ein gutes Gefühl. Aber ich bin einfach wie so selber so... Nein, das habe ich auch versucht zu ändern. Dass ich dann wirklich finde, okay, ja. Und zwar... Das gute Gefühl geben ist das eine. Aber selber ein gutes Gefühl habe dabei, macht es so viel besser. Ja. Ein Two-Step-Programm. Aber wirklich. Weil mein Ding war, ich bin früher erkannt worden, für das ich nicht erkannt worden bin. Ich bin so... Äh... Fernsehen. Durchurlaub. Äh... Scooter. Äh... Nein, aber halt eben noch Lokalfernsehen und solche Dinge. Und dort hat es mich gestresst, weil ich gemerkt habe, ich bin jetzt auf irgendeiner Projektionsfläche. Das heisst, ich erkenne jetzt einfach so... Irgendeinen Clown, der irgendetwas am Fernsehen macht. Ja. Und jetzt ist es mittlerweile so, dass die Leute mich erkennen oder ansprechen, sag ich jetzt mal. für den Pod und für meine Shows. Und dann sind es auch wirklich oft Leute, die sagen, hey, ich bin mal dir in die Show schauen. Ja. Und ich habe mega Fun gehabt. Und dort bin ich dann so... Und dort bin ich dann so... Ah, voll geil. Embrace, das klingt so blöd. Aber es ist wirklich... Ja, ja. Weil wir sind am Embrace und wir sind am Heilen. Voll. Ja. Und wegen dem ganzen Tourleben ist mir vorhin noch eingefallen. Ich behaupte, es ist im Kopf mal gesehen, als sie mir das erzählt haben, dass irgendwie 95% von allen Bands kommen, je nachdem wie viel Aufwand sie haben. Ja. Genau. Anfangs-Nahmittag, Mitte-Nahmittag, aber irgendwann mache ich einen Soundcheck. Dann wird irgendwie schnell alle hängen mit dem Handy rum und dann wird es gegessen. Und dann hat es irgendwann so ein bisschen, entweder Einsingen oder so ein bisschen Huddle. Ja. Und dann geht es los. Und Sportfreunde Stiller machen anscheinend so früh wie möglich Soundcheck. Ja. Gehen mit dem Nightliner, gehen sie irgendwie vor dem einen Gig zum nächsten, dass sie am 9-Jahr-Morgen bei der neuen Location sind. Ja. Und dann gibt es am Mittag Soundcheck und dann haben sie den ganzen Tag frei bis zum Gig. Ja. Und der eine geht mit Velo fahren, der andere geht mit Wellness. Die haben sich wirklich so ihr Tourleben, haben sie sich auch individuell angefangen zu gestalten. Ja. Und dann habe ich immer so gedacht, ah, das macht noch Sinn. Und ich habe das jetzt wieder gemerkt, weißt du, irgendwie fünf Tage bist du in Berlin, oder? Mhm. Und so geil es auch ist, der fucking Slop-Comedian-Leben, Lifestyles zu zelebrieren. Ich muss nichts machen, ausser heute Abend um die Zeit. Eine Viertelstunde funktionieren. Dort sein und schnell mein Set spielen. Das macht schon viel mehr aus, wenn du halt irgendwie noch eine Stunde bist, spazieren. Ja. Und nicht nur im Hotel. Nein. Netflix fertig schaust. Ja, 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 ja. Es macht so viel aus. Es macht so viel aus. Ah, das haben sie ja. Netflix Deutschland gibt es ja da. Interesting. Hey, ich wohne zwar an dem, ich bin jetzt gerade an einem Ort, wo wirklich alle sieben Meter eine Kebab-Bude ist, aber ich bestelle mir Essen ins Hotel. Jetzt schauen wir mal, was läuft. Nein, also ich finde wir, also jetzt besonders bei Crimer sind wir dann amix wie so gesehen, so, hey, wir spielen so einen Standalone-Kick in, sagen wir, Lausanne an einem Samstag. Mhm. Ähm, okay, weil das Venue seht ja eigentlich dir, wenn du ungefähr kommst und so. Und dann ist es wie so, okay, es ist der ganz Samstag, weil wir steigen am Zeniesbüßchen im Vormittag. Mhm. Und dann übernachten wir eh dort, weil der zurückweg zu lang wäre. Also ich bin eigentlich bis am Sonntagmittag. Mhm. Es ist wirklich Samstagmorgen bis Sonntagmittag. Für ein Konzert. Und ich mache das zwar mit meinen wirklich besten Freunden und unserer Crew. Es ist immer ein Fest. Mhm. Es ist wirklich ein wunderschöner Familienausflug. Aber es ist trotzdem teilweise mega verlorene Zeit, weil du eben, du kannst dann trotzdem nichts gescheit zu machen. Du kannst dann vielleicht noch eine Stunde irgendein Zeichen kaufen. Ich gehe dann meistens in einen Plattenladen. Mhm. Oder wir gehen in einen Kaffee oder so. Einen los, dann gibt es einen Five Guys oder so. Ja. So sage ich. Gut. Ähm, und dann gibt es so Gruppen wie ein Hecht, wo zum Beispiel alle so arbeitstätig sind oder gesehen sind, wo dann wir, wenn sie unter der Woche haben, ich meine Hecht, spielt grosse Konzerte. Mhm. Äh, eine sind dann wirklich so, haben natürlich dann auch die Möglichkeit, dass die Techies fahren an, stellen alles auf, checken alles. Mhm. Äh, und die Hecht steckt morgen um vier Uhr in der Intercity, äh, fährt nach Luzern. Gibt es den Sinn von Luzern? Ja, aber die wohnen global in Zürich oder so. Ah, wirklich? Okay. Einer. Äh, oder sie tun zumindest so. Ist ja cool, zum so tun, als ob man von Zürich kommt. Ähm, oder fahren nach Bern. Mhm. Und dann kann es schon noch sein, dass sie noch kurz den machen im Backstage oder vielleicht so gerne noch kurz auf der Bühne schnell schauen. Aber es ist wie einfach alles al dente, es ist alles rum. Mhm. Und dann ist es einfach wie so, okay, es ist Achti. Äh, bist du ready für die Liebe von mir? Und Konfetti und alles gut. Gut. Und das finde ich schon geil. Das macht man so ein bisschen als Band bei Festivals. Ja. Weil du hast ja keine Zeit. Genau. Jetzt ist der Changeover. Wird aufgestellt. Check. Okay, cool. Zack. Äh, zurück. Huddle. Äh, okay, nehme ich noch einen Espresso. I don't give a fuck. Mhm. Äh, und dann wird abgerockt und das finde ich recht cool. So Montage-Zeug. Ja. Ja. Wir haben mal mit Crimer einen Topio, unverhofften Topio gemacht, wo irgendeine Band abgesehen hat an einem Festival. Mhm. Wir haben irgendwo im Aargau gespielt und auf dem Weg getan hat es geheissen, wenn ihr nach dem Konzert geht, wieder alles einpacken, einsteigen, weil dann könnt ihr noch das kleine Festival headlinen. Auch irgendwo im Aargau und mir so, hell yes. Mhm. Und es ist super cool gewesen, weil dann bist du wirklich so an der Mission. Es ist wie so ähnlich zum Vergleich, wenn ich in der Stube einen Spot mache und im Kontiki. Weil jemand gleich gestresst, aber ich koche Melonen und habe Angst, dass ich stirb. Ich habe mittlerweile auch, also immer wieder mal gehabt, aber jetzt mittlerweile noch öfters zwei Gigs an einem Tag oder schon. Eigentlich eine dumme Idee, oder? Ähm, wenn alles aufgeht, ist es top, wenn nicht, dann kommt ein bisschen Zusatzstress. Ein Anfehler. Ja. Ja. Aber es ist bis jetzt immer alles gut gegangen. Ja. Ich mache es eigentlich mittlerweile, zumindest gesellschaftliche Sachen mache ich eigentlich nicht mehr. Dass ich wie an zwei Partys oder Aperos oder so... Das habe ich nie verstanden. Weil du, du, du bist... Hey, ich muss heute drei Geburtstage. Ist das? Du bist so, wenn es nicht immer toll ist, schiesst es dich an, noch an die anderen Sachen zu gehen. Ja. Und dann bist du wirklich an der anderen Sache und sie ist wirklich nicht gut. Genau. Und du hast irgendwie so ein schlechtes Gewissen irgendwie allen gegenüber. Das habe ich wirklich nie verstanden. Ich habe es einmal, ich bin einmal von einer Hochzeit, aber da bin ich wirklich so 16 oder 17 gewesen, gell? Da bin ich von einer Hochzeit gegangen und es ist eine knaller Hochzeit gewesen. Ja. Und es ist eh ein bisschen... Ich behaupte heute noch, sie haben mich nur eingeladen, weil ich einen dummen Spruch gemacht habe. Weisst du, weil sie quasi so... So nach so... Sie haben so quasi Einladungen verteilt und ich so, wo ist meine? Und dann hat... Ich habe es ein bisschen gesehen, ah, sie haben sich pressured gefühlt. Ah, scheiße. Und es ist eine superschöne Hochzeit gewesen. Seven hat sogar gesungen. Weisst du wirklich so? Äh, das darf man jetzt nicht mehr sagen. Jan Seven Deadwiller. Jan Seven Deadwiller. Dort ist er noch der Seven gewesen. Ja, Crimer übrigens jetzt auch. Alexander, Crimer frei. Wirklich? Nein. Und äh... Moritz. Moritz Schädel. Bei mir wäre der so ein bisschen dumm. Und dann bin ich von dieser Hochzeit mit meinem einzigen Geld, das ich hatte, in einem Taxi, zum an so einer dummen Teenie-Hutsch-Hutsch-Party. Teenie-Am-Re-Party, wo ich angekommen, niemand dort ist. Oh mein Gott. Und ich so, wo sind ihr? Ah, heute ist nicht so gelaufen, wir sind alle nach Hause. Und du bist so, okay, das ist die Bestrafung. Und die Bestrafung ist dann gesehen, dass ich vom anderen Ende von Basel, weil ich kein Geld mehr gehabt hatte, nach Hause laufen. Yeah. Gute 50 Minuten. Ja, aber du liebst ja Basel, oder? Ja. Das ist meine Stadt und dann hast du so reingeschaut, wie er so gefunkelt hat, weil mir gerade ein paar Obdachlose versoffen sind und das ist so, denke ich, so eines Tages verkaufe ich da mal ein paar Billets. Der Tagetanke ist noch sehr weit weg. Okay, fair. Aber ich habe es damals, weil ich bin so ein bisschen, ich bin nicht per se so ein mega Party-Vödle, aber so schüchtert, so der FOMO ist damals schon da. Und der FOMO-Mau. Der FOMO-Mau. Der FOMO-Mau. Du hast jetzt gesehen, die daran denken und dann habe ich aber Angst gehabt, dass ich mich verschluckt, während ich selber brenne. Und was ich zum Beispiel habe, ist wie wenn ich bei irgendwelchen Leuten daheim bin. Zum Beispiel letzten Freitag der Fall. Da bin ich bei einem gemeinsamen Freund von uns noch daheim gewesen. Wohnt zu einer Nähe von der Plaza, du weißt vielleicht was ist. Auf jeden Fall ist es so cool gewesen und es ist auch kein Heimgehen gewesen und einfach eine riesen Show und noch 17 Geschenk. Und ich wohne zwei Minuten von dort. Und es ist morgen um drei. Und ich habe trotzdem noch den Rang machen müssen. Ich bin zwar nicht reingegangen, aber ich habe trotzdem noch den Rang machen müssen mit dem Stammlokal vorbei. Einfach aus dem Wunder. Und ich glaube, wenn es ein bisschen okay ausgelacht hätte, wäre ich noch reingegangen. Für was? Ich habe stundenlang die besten Gespräche gehabt. Es war sehr lustig. Es hat auch genug zu trinken gegeben. Es ist wie alles nicht das Problem. Wieso will ich jetzt den Abend eigentlich noch schlechter machen? Weil es wäre es gewesen. Es wäre es absolut gewesen. Ja. Ja. Aber ich finde, es ist das schönste beim Comedy-Machen, wie wenn du mehrere Spots am Abend machst. Wie jetzt so einmal habe ich sogar zwei Englische an Deutsch gemacht. Am Abend ist es recht viel. Und es ist wie so. Okay, du startest mit dem ersten Dings. Okay, es ist cool. Und dann machst du den zweiten. Es ist richtig cool. Und dann machst du den dritten. Was brutal schlimm ist. Wieso machst du das? Also eh hilft es, die schlechten Gigs. Klar. Übrigens habe ich ja von dem Kollegen Gutenrath sein Maik, wo ihr jetzt immer so einen Corporate-Podcast, also der Basler Mess aufgenommen habt. Mit dem Baschi und der Nadja oder so. Ja. Da habe ich ja sein Maik gecoastert. Hast du ein Open-Maik gemacht? Ja. Es war, glaube ich, vielleicht der schlimmste Moment in der Schweizer Comedy-Szene. Eine Stunde im Balz. Oh mein Gott, es war so schlimm. Es war so schlimm. Aber wieso? Hey, es ist das, was ich vorher beschrieben habe, mit, es ist alles perfekt. Einfach negativ. Es ist einfach der Wurm drin. Also es ist wie alle, die auftreten sind. Es hat wie einfach nicht funktioniert und das Publikum ist einfach generell von Anfang an Nein. Es ist einfach Nein. Es ist so schlimm gewesen. Und es ist wirklich nicht ein starkes Line-Up gewesen. Es waren ganz viele neue Leute. Hey, und irgendwie der Erste, der es so ein bisschen rausreissen hat sollen, hat auch einfach nicht Zeit gemacht, weil er einfach auch einfach wie so, oh mein Gott, das schlimmste Publikum. Und wenn du einfach deine 8 Minuten in zweieinhalb machst. Hey, und dann irgendwann kommt die nächste Bohne und einfach wie so, eieieiei. Und dann so, oh nein, jetzt kommt der. Also weißt du so, und jetzt kommt eigentlich der, wo man noch rein gesqueezed hat, dass man irgendwie, dass man es verzollen kann. Es ist so schlimm gewesen. Aber, da behaupte ich nachher vor, das ist auch wirklich ein Open-Mic-Problem. Es ist nicht ein Open-Mic-Problem. Nein, es ist doch, äh, eigentlich ist es kein Problem, weil so eine Show bringt die ja trotzdem weiter. Weil eine 5 Lacher, die ich im Abend trotzdem hatte, weiß ich, es ist ein bombensicheres Zeug. Natürlich, für deine persönliche Erfahrung, ja. Für meine persönliche Erfahrung, aber das ist so ein Show. Ja, aber ich muss ganz ehrlich sagen, jetzt gehe ich natürlich ganz klar in die Ecke von Open-Mics, weil die Open-Mics mittlerweile wirklich auch gut geworden sind, finde ich. Absolut! Also, was Mila und I machen, ist mega fun. Das bei Matteo im Balz, hat eh, klar, durchs Balz ja zu dem gemacht, was es ist. Nämlich eigentlich eine Hochburg vom Schweizer Comedy-Turm. Ähm, ich finde klar, Open-Mics können das falsche Publikum haben. Und je nach Line-Up, bist du auch, manchmal ist die Qualität auch nicht so da. Gleichzeitig, muss ich sagen, finde ich, ein gutes Open-Mic ist immer viel besser als eine gute Mixed-Show, mit weniger Ausnahmen. Ich finde, es gibt ganz viele Mixed-Shows, die einfach ihren etwas sind. Ja, natürlich. Und das Publikum dort ist einfach so, ah ja, Comedy, ja. In diesem Punkt räume ich mich natürlich ein bisschen mit, äh, sich schon etwas überlegen, wenn man eine Mixed-Show veranstaltet. Ja, voll. Aber wenn du amix bist, bist du ja wirklich irgendwo an einer Mixed-Show und du bist einfach so, hey, das ist nicht gut. Absolut. Es ist einfach irgendeine Veranstaltung und dann steht einfach Comedy drauf. Genau. Aber ich habe das Gefühl, eine gut kuratierte Mixed-Show ist eh super, ja, ja, klar. Übertrifft dann trotzdem immer ein Open-Mic-Setting. Natürlich. Weil Publikum zahlt, Publikum hat sehr bewusst… Ja, sie wollen dann auch ein bisschen etwas erleben. Genau, sie hat sehr bewusst ein Investment gemacht. Ja, 20 Franken, dass ich aber lachen will. Mhm. Es ist eigentlich eine schöne, schöne Ausgangslage. Ja. Und dort hast du dann halt eben nicht noch jemanden, den du reingesqueesst hast. Ja. Und ich finde, verstand mich nicht falsch, ich finde es mega wichtig, dass es Open-Mics gibt. Und ich finde es mega gut, dass sie jetzt auch so gut funktionieren. Ja, ja. Aber die Show, die du jetzt gerade beschrieben hast, das habe ich höchstens erlebt bei einer Mixed-Show an keine Ahnung, an einem Corporate-Event, wo keine Mixed-Show stattfinden sollte. Nein. Weißt du, wie ich meine? Nein. Und sonst, wenn es wirklich mit bezahltem Publikum ist, habe ich noch nie erlebt, dass es so eine Mixed-Show gab. Nein, es ist wirklich, es ist wie ein Albtraum gesehen, einfach, wenn man wieder ins Publikum schaut, einfach 40 Leute, die mich so anschauen. Und es ist einfach so, oh mein Gott. Oh mein Gott, es ist wirklich, es ist, ich bin am nächsten Tag eh irgendwie mega viel zu tun und ich bin wie so in Zürich noch im Allnatur so ein mega gutes Nacht gekauft, wo ich die Hälfte auf dem Weg nach Basel gegessen habe. Und es ist wie so, hey, easy, mach jetzt die Show, bla, 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 freu mich eigentlich so gern. Boah, es wird ein bisschen rough als Line-Up, so. Hey, aber easy, machen wir, kriegen wir ane und wie einfach vier mega gute Auftritte immer im Balz, was jetzt der Matteo jetzt dort macht. Cool, und dann trinke ich auch gerne kein Bier, sondern gehe gleich wieder retour und kann ich mal abends noch ein bisschen was schaffen. Ich bin wirklich dort da rausgelaufen, wie ein Hund. Und wahrscheinlich muss ich noch einen Kollegen machen und den Leuten in den Tuch belegen und sagen, hey, jetzt gefallen, komm doch wieder vorbei. Da hat wirklich zwei Leute gegeben, die sehen, die gibt es eher nichts. Fucking love them. Und ich bin wirklich rausgelaufen, habe Matteo angerufen, er ist gerade zwischen den zwei Interviews vorhin gesehen. Und er hat gesagt, well, ich gehe jetzt in McDonalds und nachher gehe noch in Drinks of the World. Weil ich gebe keinen Fick, das war richtig niedergesehen. Und jetzt habe ich eigentlich fast nicht so das, boah, das ist schlimm gewesen, ich muss jetzt ein Bier trinken. Das habe ich, ich habe das gehabt bei einem Zoom-Gig. Wirklich. So, der laptop zugelassen und direkt den Prosecco offen gemacht. Ich habe mir sogar gesehen an einen Ort, wo es ein Greenscreen gegeben hat. Scheiße, das war nicht zuhause. Nein. Und es ist wirklich, es ist Stunden gegangen. Und es ist, also so. Und dort bin ich dann auch. Nachher bin ich in Coop. Und es ist einfach der grössere Coop gewesen, wo du dann noch den Kundendienst hast. Und hinten dran hast. Ah, du hast den Bus. Ja. Du hast die richtige Umdrehung. Ja. 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 Und die nette Frau bei diesem Kundendienst schaute mich an, wenn ich hinlaufe. Und ich habe nur Grüezi gesagt. Und sie sagt, Alkohol. Ja. 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 Und ich so. Yes. Und es ist einfach der Barkeeper meines Vertrauens so dort und einfach wie so. Okay. Und ich so. Ja. Wie im Film, oder? Ja. Ja, wirklich wie im Film. Aber auch ein bisschen wie im traurigen Film. Als Teenager habe ich mich ja gefreut, wenn der bei Trafik gewusst hat, welche Zigaretten sie rauche. Und dann hat mir schon die Schachtel Lucky Strike hergeworfen. Das habe ich geliebt bei meiner Dönerbude in Angland. Ich wusste, wie du esst. Der hat nicht einmal mich gesehen, sondern nur durch die Reflexion. Man ist schrecklich so am Grill gestanden. Ja. Er hat nur so durch den Spiegel. Er hat schon gesagt, Cheeseburg with Ketchup, no onions. Und ich so. Yeah, dude. So. Da bist du wirklich so. Da findest du dich mega abgeholt. Was ich aber auch geil finde, ist wenn du wirklich irgendwo an einem Ort wohnst und du gehst jeden Tag dort hin und kaufst immer die Zigaretten-Schachtel oder in unserem Fall jetzt snooze oder so. Und ich liebe es und es ist immer der gleiche Mensch und du musst es immer genau gleich sagen. Und er sieht immer den Preis und es wird nie anders sein. Genau. Das finde ich eigentlich fast geiler. Ja. Wenn es einfach immer so ist, als ob du jeder Tag ist einfach neu und die Person hat ihn noch nie gesagt. Genau. Das ist ja dann wirklich Groundhog Day. Ja. Habe ich auch sehr gerne. Sehr gerne. So. Jetzt haben wir zwei, drei Mal die Album angeschnitten. Ah, mein Album? Ja. Ja. Stimmt. Mach ich dir noch Freude. Äh. Nein. Dass ich das richtig verstand. Das ist das, was du vor etwa drei Jahren. Oh nein. Mir mal bei dir zu Hause gezeigt hast, oder? Jawohl. Und ich finde es sehr schön, dass du auf mich gelöst hast. Ich habe gesagt, bring es im Frühling raus. Und was hast du gemacht? Du hast es im Frühling rausgebracht. Ja. Zum Frühling stehen. 22. März. Jetzt ist es endlich getossen. Ich muss dazu sagen, ich habe Kulturförderung gekriegt. Und wenn man Kulturförderung kriegt und etwas nicht fertig macht, muss man sie irgendwann zurückzahlen. Ja. Ja. Darum habe ich gedacht, nope. Das kleine Covid-Polster. Weil das Geld ist schon lange weg. Ich habe es im März 2020 übergekommen. I mean. Ja. Äh. Ja, das ist das. Ich habe es, äh. Also nicht, dass es dort schon fertig gewesen ist. Es ist wie fast fertig gewesen. Ja. Äh. Ja, das ist das, was ich vor drei Jahren... Ah ja. Da sieht man es. Sehr gut. Was ich, was ich mega gerne habe, ähm, am Foto, das hat der Tim fotografiert, der auch Keyboard spielt bei Crimer. Sehr guter Grafiker, Filmer und Fotograf. Äh. Und das ist eigentlich, das Foto ist im Hochformat fotografiert. Und das links und aber auch rechts und auch, also oberrechts ist alles, äh, generiert mit AI. Geil. Ich kann es sagen, der gute Photoshop Erwitterer. Exakt. Und wie so, ähm, komm, ich mache es ja noch ein bisschen schön. Und nein, lass es, lass es bitte, dass es so ein bisschen, ein bisschen scheisse ausliegt. Ich bin schon recht gut. Aber ja, das ist endlich draußen. Und äh, es ist äh, der Titel Forever Fun nützt schon. Finde ich sehr gut übrigens. Danke. Okay. Also ist ja jetzt so der Hat-Trick. Es sind ja Zürich Jahre Big Cinema, grosses Kino, Quality Time und jetzt Forever Fun. Ja. Und jetzt ist natürlich die Frage, was kommt jetzt nächstes? Ich denke gar nicht mehr in Trilogien. Ich habe das Gefühl, jetzt kann ich etwas Neues anfangen. Jetzt kann eigentlich etwas Neues sein. Weil eine gute Freundin von mir, äh, die Veronique, die den Pressetext geschrieben hat zum Album, hat wie so gesagt, hey Moritz, ich habe übrigens etwas herausgefunden. Dann hat sie mir einfach ein Foto geschickt, äh, wie sie einfach links Big Cinema, Quality Time, Forever Fun geschrieben hat. Und dann rechts einfach jeweils das Wort aneinander gefügt. Und es ist einfach so, Big Fun. Oder so. Und es ist wie, ich kann jetzt eigentlich, glaube ich, aus ebenen sein, so, du brauchst nie mehr eine neue Idee. Du kannst jetzt aus dem Weg einfach basteln. Du kannst eigentlich Klibi und Karolin. Ja. Der Klibi hat mir gesagt, jede von seinen Titeln, von den Alben. Aha. Du hast ja auch noch Alben gemacht. Hat Lachen drin gehabt. Mhm. Und das ist noch geil, wenn du das mal weisst. Also, ja, du musst dich halt wieder auf achten. Mhm. Und dann merkst du, wie viele Titel kannst du machen, wo Lachen in irgendeiner Art und Weise drin ist. Conor, hat er irgendein paar in Sinn? Ja, Lachen ist gesund, ist sicher einer gesehen. Kannst du mal alle Titel raussuchen? Das ist so geil. Ich glaube, einmal hat er nicht. Er hat gesagt, einmal hätte er eine Ausnahme gemacht. Ich weiss nicht, ob es auf Spotify ist. Ist es? Okay. Aber ich finde gut, von einer Minute über meine Musik reden schon zu Klibi und Karolin. Geil, oder? Ich bin natürlich auch, äh, was bei mir, lachte ich fit? Okay, das ist das Beste oft. Ja, aber das ist das Beste, ja. Das geht natürlich nicht. Ja, aber das ist das Beste, ja. Nein, da kannst du... Hast du heute schon gelachet? Geil, oder? Es geht. Das ist jetzt schon sehr gesucht. Das ist 2005. Ich meine, dort ist er schon am Ende. Spass muss sein. Die achten Lach-Hits. Da ist es nur, nur, äh, sozusagen in der Klammer. Ich habe gemerkt, es ist wie das Wort Lachen. Es ist eben drin. Dann klickt er aufs Klier. Lach dich fit. Lach mit. So geil, oder? Warst du so abschlachten oder so? Ich habe gemerkt, das ist wie ein bisschen so Pitchweber-mässiges Wort. Mach doch immer Discografie-Anzeigen, das ist einfacher. Jetzt lässt er es so gerne laufen. Wo zeigst du die Discografie an? Wenn du unten angehst, Discografie-Anzeigen unter rechts. Wie drauf? Ja. Jetzt bist du links. Das ist so geil. Ja. Es ist wie ein echter Lach mit. Lach mit. Lach mit tönt eigentlich wie dieses neue Programm vielleicht. Das sind die Best-Offs. Ja. Ich glaube, da sind auch nicht alle drauf. Hast du jetzt schon gelachet? Das haben wir schon gehabt. Zeit zum Lachen. Waldklasse. Der 15. Lach-Hit. Schon so gelacht. Selten so gelacht. Lustig wie immer. Der 12. Lach-Hit. Lach-Festival. Ja, aber das ist jetzt... Es darf gelacht werden. Ja. Lachen ist Trumpf. Lachen ist Trumpf, finde ich natürlich. Spass muss sein. Lach dich fit haben wir auch schon gehabt. Heiter geht's weiter. Okay. Das sagst du Lach-Hit. Lach-Hit Nummer 5. Lach-Karussell. Das Lach-Karussell. Das tue nach... Lustig und witzig. Nein, Lach-Karussell. Lustig und witzig kopiere ich vielleicht für mein Programm. Lach-Karussell tue nach so einer richtig... Das ist eine von den Mix-Shows, wo du dich dann eben fragst, was mache ich da. In so einer kleinen Gemeinde, wo einfach massiv Kultur gehalten hat. Und dann sagen sie, wir machen das Lach-Karussell. Wir machen das Lach-Karussell. Mit Moritz Schädler. Moritz Schädler. Leila Ladari. Rina Krishnaraya. Und... Wildcard. Hauen wir noch Wildcard ein. Und zwar jemand, wo du noch nie etwas davon gehört hast. Es gibt immer noch der. Ja, ja. Aber irgendwie seit 30 Jahren schon auftritt. Weißt du so, oder? Wo aber äh... Wo... Und hinter so einem Namen wie... Herr... 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 Herr Grafunzel. So. Es gibt ja jetzt äh... Also... Trittet leider nicht mehr unter dem Namen auf. Aber ich finde Gott, Fritz Stutz ist schon immer noch vielleicht einer der besten. Und jetzt aber auch neu im Game der Hans-Harald Lach. Äh... Das finde ich schon geil. Das sind ja... Das sind ja Open-Mike äh... Das sind ja Open-Mike-Dings. Die Open-Mike... Ist ja auf meiner Homepage, ist ja da ein Live-Datum, wo man... Ist ja da irgendetwas stimmt, oder? Ist ja nicht, oder? Ah, das ist von far-letst-Jahr, hm? Das mal... Ja, da siehst du ja... Ey, ey, ey. Richtig frisch siehst du aus da. Ja, ja, das ist äh... Da liege ich im richtigen Winkel. Und deshalb ist es ein bisschen verschwommen. Ähm... Aber ja... Gering wäre... Ich fange morgen... Ich fange morgen wieder mit meinem Sportprogramm an. Und äh... Und Gigs? Äh... Chigs sind... Nein, Gigs. Gigs. Ähm... Musikgigs. Ähm... Ich habe sie jetzt ein bisschen schliessen, weil ich jetzt einfach mal so ein Album rausbringen wollte. Und das hat jetzt wie... Nicht... Obwohl ich jetzt so lange an diesem Album gearbeitet habe, die Schlussphase vom Album jetzt rausbringen, geschehen Promoten, vielleicht gleich eine Tour spielen... Ähm... Ist alles nicht drin... Ist alles nicht drin... Ist alles nicht drin gelegen. Aber... Also alter Showbiz Fuchs... Ähm... Ich habe mir erzählt, wie du irgendwie in den USA... Zweimal in den USA auf Tour gesehen, ja... tief in die Szene... Ja... Äh... Also ich meine, es mache ich ja eigentlich bis dato heute auch noch in Zürich, dass ich... äh... Irgendwelche Freunde, die wirklich unbedingt etwas brauchen und wir zu wenig bekannt sind, dass sie die offiziellen Wege gehen können... Ähm... Eben zum Beispiel in Kier oder irgendwo anders probieren sie zu pitchen... Und dann ist eh klar, dass wir mir pennen, weil ein Hotel ist eh immer der Teufel... Ähm... Und dann mache ich... Und dann mache ich noch wie noch gratis Technik und tue eigentlich eine Technikgage... Ja... Noch mal auf ihre Gage drauf... Mhm... So ein bisschen so der... Äh... Und das coole bei Damis ist halt, du spielst halt meistens einfach in Häuser, wo die Leute wohnen... Ja... Weil Damis haben ja alle Häuser und so... Weil es ja nichts kostet... Ähm... Und dann spielst du da in den Keller vor irgendwie 60 Leuten... Und das ist eigentlich der einzige Weg, dass du Geld verdienen kannst... Weil sobald du in der Bar spielst... Ist es eigentlich mit Geld verdienen vorbei... Ausser du verkaufst 100 Tickets oder so... Weil du gibst den Bar zu viel ab oder was? Ähm... Ja... Also dann spielen eh noch vier andere Bands... Mhm... Und an der Tür... Äh... Sehst du für welche Bands du da bist... Und eine Band kriegt dann von dir noch 5 Dollar eintritt 2 Dollar... Ah... Ohne Scheiss... Ja... Viel Spass als Ukulele-Barde aus dem Licht zu stehen... Ja... Und dann äh... In äh... Tulsa, Oklahoma... Ein Bar-Gig spielst... Ja... Ach geil... Ja... Shit... England ist schon... Das müssen wir einmal bei Mixed Shows machen... Das würde mich sehr wundern... Ah... Fuck... Ja... Oh nein... Der Vorsche... Der Vorsche hat eh keinen zufteilen... Mhm... Für was bist du da? Ja... Kleiner... Äh... Kleiner Wettbewerb... Aber ja... Ich mache jetzt eh... Jetzt eh... Und im Summerspiel... Ich habe ja wie so ein bisschen eine Band... Gell... Ähm... Und dort kann ich halt nur die Sachen machen... Wo halt wirklich so ein bisschen Geld gern... Weil ich halt den Leuten auch Geld geben will... Ja... Weil das sind alles erwachsene mündige Leute... Wo ja eh noch mehr Pfeiffer tanzen müssen... Ist ja keine richtige Band... Sondern es ist wie so... Nein... Und dann spielen wir das... Mhm... Und nein... Weil du das so spielst... Ah... Machst du das denn? Bist du denn so... Teils... Ja... Bist du denn so Chuck Berry mässig? Äh... Ja... Ich probiere es nicht zu sehen... Aber... Ich bin gewusst... Es ist mir mega wichtig... Dass es einfach so ist... Hast du das Video mal gesehen... Wo der Chuck Berry... Die Bands immer schießt... Nein... Wo einem Keith Richards erklärt... Ah... Wo er dem Keith Richards sagt... Dass er Johnny B. Good... Einfach... Dass er nicht Gitarra spielen kann... Ja... Dass er es falsch spielt... Ja... Es ist einfach wie so... Hör mal auf... Heroin... Du fucking Opfer... Ähm... Nein... Es ist schon so ein bisschen so... Äh... Und ich würde jetzt sagen... Ich bin bisher nicht das grösste... Äh... Das grösste Monster... Aber es ist... Ich finde... Und besonders dann ist es ja schon ein bisschen Dienstleistung... Obwohl alles Fun und Friends und Liebe ist... Aber dann muss ich den Leuten halt auch Geld geben... Und wenn du halt... Vier Leute in der Band hast... Und dann brauchst du noch irgendwie ein Auto... Und ich finde... Wenn du dann schon mit der Band kommst... Ist es mittlerweile halt schon geil... Eine eigene Technikperson haben... Voll... Weil wenn dann halt der Freddy... Wo das PAO vermietet... Die dann mischen muss... Und äh... Der Freddy... Interessiert sich wirklich nur für New Metal... Dann ist es halt mit dem cuten Indie Pop... Aus dem Kreis 4... Dann vielleicht auch ein bisschen schwierig... Ja... Äh... Ja... Und dann ist es halt... Ja... 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 Dann ist es teilweise wie so... Um was geht... Und ich habe ja selber lange Technik gemacht... Und... Es ist nicht so mega schwierig... Naja... Aber am geilsten sind halt wirklich die Räume... Wo eben so ein bisschen für alles dort sind... Weil dann ist ja die verantwortliche Person... Ja... Immer noch nicht... Immer noch nicht... Immer noch nicht... Und das ist recht geil... Weil du siehst wie so... Äh... Ich glaube... Er bringt... Je nachdem sogar auch selber das PA-Meter... Das ist wirklich der Peach... Absolut der self-made... Self-made man... Nein... P-H... Werber... Ah... Fair... Ähm... Im Peach... Äh... Im Peach... Aber Im Peach... Das ist glaube ich auch vom Carpian Tweets gewesen... Ich glaube... Das ist ein neues Stück von ihm gewesen... Aber ja... Das ist eine Band... Mal sehen... Am 15. Juni... Am Stolz-Opener... In Zürich... Nice... Ja... So ein Gratis-Opener... Für junge Leute... Dörfen aber auch so alte Füchsli wie du... Dörfen auch vorbeikommen... Haha... Dort bin ich sicher schon als Füchsli... Ja voll... Und sonst halt... Äh... Was... Was auch immer kommt... Ist ja mein... Grosser Vorteil... Dass ich oft alleine spiele... Und mein Setup ist mittlerweile einfach in den Koffer... Mhm... Und ich komm her... Steck an... Alles easy... Und eine gute Montage... Ich mache auch mega gerne Support-Gigs oder so... Lohnt sich eh... Ja... Dort ist es noch nicht so, dass du zahlen musst, dass du Support kannst spielen... Äh... Auch schon Anbote gekriegt... Ja... Also wir haben mal mit... Crimer hätten wir eine ganze Nenentour spielen können... Ja... Ja... Für... Ich habe nur 1500 Euro pro Konzert eingekauft... Locker... Locker... Mhm... Und dann haben wir neu gesehen... Und dann haben wir trotzdem die ersten 4 Gigs machen können... Haha... Einfach gratis... Verlauf... Haha... Und der Veranstalter in Zürich... Wir hatten sogar so anständig gesehen... Und dann haben wir gesehen... Hey... Es geht gar nicht... Okay... Und als wir es bei Share gemacht haben... Dort haben wir sogar richtige Gagen bekommen... Ja... Ja... Best... Beste Produktion aller Zeiten... Weil normalerweise als Vorband... Mit einer grossen Band... Ich habe Solo auch... Zum Beispiel auch schon für... Äh... Was habe ich gemacht... Äh... Schon recht... Schon recht viel... So halbgross... Was so... Volkshaus... Ängste oder so... Ähm... Und dort ist es dann wirklich so... Die kümmern sich nur um ihre Produktion... Ja... Und dann hast du vielleicht noch... Eben der... Der äh... Wie haben wir den Pfarrer auch immer genannt... Der Freddy... Mhm... Äh... Wo das PA gestellt hat... Ja... Und dann ist es wie so... Äh... Ja... Wir haben dann noch einen Support... Und so... Was brauchst du... Aber was... Du hast kein Mikrofonständer selber dabei... Und es ist wie so... Friends... Um was reden wir... Und wo kann ich Strom ziehen... Und überall liegt einfach Schuko rum... Weil halt... Fucking EU-Produktion... Und dort laufst du dann wirklich rein... Und dann... Äh... Ja... Spielst du amix für... 50 Franken... Und 50 Franken finde ich richtig nieder... Spielst du dann für 50 Franken... Oder 100 Franken... Von tausend Leuten... Klar... Sie sind wegen dir dort... Aber je nachdem ist das Booking sogar cool... Ja... Du hast dann schon noch... Äh... Also ich hab dann mal verwandten Support gemacht... Und dann hab dann nachher irgendwie noch... 10 Bullys und... 30 Tapes verkauft... Also ich hab dann schon... Äh... Ja... Das hätte ich dir... Für das sie... Bei mir... Dürfen auftreten... Hey... Freunde... Ein Konzert... Weil es ein Publikumsvoting gibt... Logisch... Und ich mein... Früher im Extra und so... Ich mein... Ich hab dann einfach... Fünfmal das Extra ausverkauft... Mhm... Und die Band kriegt nichts... Und die Band kriegt... Ja... Tut's... Ach nein... Aber du zahlst ja... Springer Shows... Du zahlst... Ja... Dass du darfst auftreten... Aber dort ist es auch einfach... Weil sonst gar niemand würde kommen... Also du sitzt ja dann auch unter... Nur Comedians im Publikum... Ja... Und je später du dran bist... Dass du weniger Publikum hast... Weil alle, die ihr Set gespielt haben... Verpissen sich... Ja natürlich... Weil es scheisse ist... Aber... Speaking of... Wo muss ich da überweisen... Dass ich da... Heute Werbungen machen durfte... Ah... Das schickt ihr nachher... Ja... Oder das... Das per Twint anfordern... Ah... Das musst du ihn aber... Versteuern... Nein... Darum mach ich es ja über per Twint... Darum mach ich es ja über per Twint... Ich bin auf Twint gesperrt worden... Mach ich es auch... Per Twint... Okay... Da können wir jetzt noch die sprachlichen Differenzen zum Schluss... Hey... Finde ich absolut fair... Aber du redest ja das schönste Hochdeutsche in der Schweiz... Hey... All the best... Hey... Okay... Danke... Schön bist du da gesehen... Hey... Ja... Mega fest... Das war ein sehr flüssiges Gespräch... Finde ich auch... Ja... Hat sehr Spass gemacht... Also richtig... Richtig abklöschte Medietuits... Was ich da... Einfach so... Nein... Aber zum Schluss... Was ich mir wünschen würde... Bitte... Du hast letztes Mal... Die Bodensee-Polizei... Hast du... Oder vorletztes Mal... Ich weiss schon nicht mehr... Ah... Brauchst du einen Tipp? Gib mir noch... Gib mir noch einen geilen... Gib mir noch einen geilen Doku... Oder sonst etwas zum schauen... Tipp... Für... Eben... Mein nächstes Travel... Bis zum Solo... Ähm... In meinem Bodensee-Polizei... Ist natürlich... Äh... Ein absoluter... Ein absoluter Juwel... Äh... Darf ich mit einem Klassiker schaffen? Ja klar... Äh... Schaue ich einmal im Jahr... Und es ist wirklich... Ich meine SpiegelTV... Eh immer... Relativ al dente... Obwohl die letzten Jahre ein bisschen geschwählen... Äh... Äh... Langsam... Aber den kennst du nicht? Nein? Unser besser... Also ich finde... Kann man... Abs... Kann man absolut machen... Perfekt... Ja... Hey... Lieben gerne... Danke vielmal... Ja... Und so Sachen kann man mir auch gerne... Äh... Äh... Ich habe eigentlich immer... Äh... Immer etwas im Petto... Fun Fact... Ich habe den stellvertretenden... Geschäftsführer vom Pennymarkt in... Äh... An der Reeperbahn... Ah... Kennengelernt... Ja... Und? Läuft so gut dort... Dass er noch... Spiel... Oberleitung... Oberspielleitung macht... Beim Quatsch Comedy Club Hamburg... Hahahaha... Darum alle kennengelernt... Ok... Zaffi... Deutschland... Sehr gut... Different breed... Absolut... Hey... Staatsmein ist Handker... Absolut... One love... Danke Christoph... Schöner beim Föhne... Da ist meine Kamera... Alright... Peace... Vöge... 12.